Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast und zu einem neuen AEW-Kartalsbericht. Mich seht ihr heute nicht, ich bin noch ein bisschen malat, aber ich habe euch dafür den hübschesten Podcaster mitgebracht. Er ist quasi der Learning Tree der deutschen Podcastszene. Hier ist der Florian Schreiber. Hallo Florian. Du hast so gut angefangen. Grüß dich Volker. Hallo alle da draußen. Es ist mal wieder soweit. Es ist Ende September. Obwohl unsere letzte Ausgabe ja Anfang Juli war, habe ich gesehen. Ja genau, am 10. Juli haben wir aufgenommen. Das ist doch was Spannende. Wir haben mich an einem Tag aufgenommen, wo doch ganz viel passiert ist abends bei der Show. Diese Woche ist Grand Slam. Was willst du? Wir machen immer die Ausgabe, wenn irgendwie was Großes ist. Ja, aber wirklich. Aber schön, dass wir diese Tradition beibehalten können. Ja, es ist eine Menge passiert. Nein, ne? Ja genau, es ist so irgendwie in der Mitte. Es sind so oben um den Haupttitel rum ist einiges passiert. Aber darunter ist auch vieles so verwaltet, würde ich sagen. Oh ja, es ist viel verwaltet. Obwohl, wenn ich mir so hier die Key Shows angucke, wir hatten zwei Pay-Per-Views. Wir haben ja kurz noch vor Bidden Door aufgenommen. Das heißt, da müssen wir zum Glück nicht drüber sprechen. Ich könnte ja auch die Hälfte von vor Bidden Door nicht mehr sagen. Ich auch nicht mehr. Aber wir haben eben bei dem Vorgespräch noch drüber gesprochen, dass unser Kurzzeitgedächtnis nicht so gut ist. Mein Langzeitgedächtnis ist bei Westing jetzt auch nicht so gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen schreibe ich mir auf, was ich gucke. Und ich habe eine Liste mit Cage-Match-Links, ich klicke drauf und dann sehe ich zumindest, was Wrestling-technisch da war. Ich sehe hier so ein, zwei Special-Weekly-Episoden, die wieder unglaublich wichtig zu besprechen sind. Aber dann eben den One-Two-Punch an Pay-Per-Views Ende August, Anfang September. Das sind so die großen Sachen, die das Ganze einrahmen. Da passiert richtig viel. Und wir machen diesmal nicht so ein Vorab-Fazit, sondern wir reden am Ende darüber, wie es uns geht mit AEW gerade. Weil wir wollen euch mal ein bisschen auf die Folter spannen, was so gerade unser Feeling ist. Wer dem Florian im eigenen Podcast beim Catch-Gars zuhört, weiß das vielleicht schon ein bisschen. Aber hier halten wir euch mal ein bisschen bei der Stange, heißt es ja so schön. Lasst uns mal reingucken. Wir haben an dem Tag, wo wir aufgenommen haben, war abends noch AEW Dynamite Nummer 249 und direkt der Open. Da war so ein Match, was auch Auswirkungen hatte auf den Rest des Quartals. Wir hatten nämlich das Own Heart Foundation 2024 Men's Tournament Final Match mit dem Special Guest Enforcer Jeff Jarrett. Also viel längere Namen kriegt man nicht mehr hin. Da passt immer viel rein. Denn wir haben Brian Danielson gegen Alan Page gekriegt. Nimm man. Nimm man. Geil. Sofort immer wieder. Bei der Protagonisten ja auch der letzten Monate, wenn du jetzt noch Sir Strickland da reinpackst, der hat mit beiden zu tun gehabt. Ja, also und Jeff Jarrett. Also über die Renaissance von Jeff Jarrett kann man ja teilweise auch mal wieder Bücher schreiben, der ja aufgrund dieses Owen Hart Turniers ja ein bisschen in die Relevanz wieder gerutscht ist. Auch so ein bisschen eher die Face-Rolle rein und dann eben jetzt mit Adam Page seine Feder hat. Ich, der jetzt aufgrund seiner Podcaster-Tätigkeit ja auch einiges an den dunklen Seiten der WCW nachholen durfte und jemand, der zumindest einiges von der schweren Zeit von TNA mitbekommen hat, wo Jeff Jarrett ja leider immer sehr präsent war, findet ihn trotzdem immer noch sehr, sehr positiven Rester, der oftmals leider zu schlecht wegkommt. Ich bin überrascht, wie gut der sich gerade darstellt, weil klar, ich sehe das ähnlich wie du. Jeff Jarrett hat es geschafft, bei vielen Firmen die Birnen rauszudrehen in seiner Zeit, bevor er zu AEW gekommen ist oder zumindest das Licht runterzudimmen. Er macht es hier echt gut. Am Anfang habe ich zuerst gedacht, boah, das könnte sehr anstrengend werden, wenn das so weitergeht. Ich warte auf das nächste, auf die nächsten Gimmick-Teile. Ich finde, er hat seinen Texas Chainsaw-Titel oder was es war viel zu lange nicht mehr verteidigt. Da müssen wir auch nochmal rangehen. Aber wie der jetzt gerade so zum Face mutiert, halt übers Owen Hart-Tournament, was natürlich passt, weil er ja wirklich ein persönlicher Freund von Owen auch war. Und dass man das dann auch aufspielt, das muss man sagen, das trifft wieder mein Herz, weil ich bin ja der, ich will Storylines haben und ich möchte Erzählungen haben, mit denen ich mich irgendwie verbinden kann, die mir ein Gefühl geben, der Neudeutsch würde sagen, mit dem ich relaten kann. Da finde ich das einfach gut. Wenn man so eine wahre Geschichte einflechtet in die Storys und das dann auch mit den ganzen Protagonisten vermindert, weil er hat ja mit Daniel zu tun, hat mit Page zu tun. Der einzige, wo er nicht direkt beteiligt war, war mit Zwölf. Aber mit den beiden war er immer so ein bisschen im Spiel. Und das dann auch hier mit reinzuspielen, ohne dass er hier die große matchentscheidende Rolle hat, fand ich richtig gut. Ja, ich finde halt das schön. Also, Jeff Stirling kann auch auf die Nerven gehen. Ich meine, das Ganze mit Zaten am Singen und Jelly und Sonja Dad ist natürlich auch so ein Meme-Ding, muss man ja auch sagen. Trotzdem kann er, also ich finde es spannend, wie schnell sowas manche plötzlich in Bierernstigkeit so rauf gehen und alle dann so denken, oh shit, das ist ja jetzt plötzlich ein ganz anderer Jeff Jarrett. Und man setzt ihn halt auch in einer, wie ich finde, korrekten Dosis ein. Jetzt gerade hat er, wir befinden uns am Mittwoch vor Grand Slam, er ist jetzt kurz vor seinem Lumberjack Strap Match, was wie ich finde, eine Stipulation ist, die halt sehr gut reinpasst in diese Oldschooligkeit. Jeff Jarrett dann auch so der Vertreter der alten Schule quasi. Wird das jetzt ein fantastisches Match werden? Ich tippe mal nicht, aber ich vertraue zumindest, dass die Brutalität ein wenig besser rüberkommt als beim Konkurrenten. Und keiner geht davon aus, dass er nochmal irgendwas Großes erreichen wird, aber dass er halt so ein großer Supportplayer in dieser gesamten Adam-Page-Storyline ist und nachdem er ja 12-Stricted besiegt hat und normalerweise ja der Anschluss bei AEW bei großen Siegen oft zu wünschen übrig bleibt, finde ich, ist das eine sehr gut, natürliche Weiterführungsfehle für Adam Page nach diesem großen Sieg. Und da hat man, finde ich, eine ganze Menge richtig gemacht. Und um mal auf dieses Match auch zu kommen, ja, bevor, ich meine, wir befinden uns jetzt in einer Welt, wo Brian Daniels und World Champion ist, wo muss man nochmal ein bisschen, man muss mal ein bisschen zurückspulen, dass es ja hitzige Diskussionen gab, wer denn nun der Gegner für Swerve und Wembley sein sollte. Hatten wir auch, ja. Hatten wir auch und vor einem Jahr hätten, glaube ich, die meisten gesagt Will Ospreay und dann sind es jetzt Brian Daniels und Adam Page geworden und beide hatten halt, du kannst halt beide Zeitlinien nebeneinander legen und es gibt eigentlich kein Falsch. Ähm, was ich, wir haben eine nun davon und in der ist Brian Danielson dann in London World Champion geworden und ich finde die sehr gut. Äh, deswegen möchte ich gar nicht daran denken, was wäre, wenn, weil wir haben nun mal zwei Wochen später den anderen Teil bekommen und ich bin sehr zufrieden, wie man das gemacht hat, weil andersrum hätte es sicherlich nicht geklappt oder so, wäre es nicht so wirksam gewesen, mit, ne, wenn Adam Page irgendwie gegen Sir Strickland in London stattgefunden hätte, was machst du dann mit Danielson Richtung All Out oder so. Sehr komplizierter geworden. Ich kann im Nachhinein sagen, man hat hier eine Menge richtig gemacht, wäre es anders auch gut geworden, sicherlich, aber so finde ich dann, dass es auch hier der richtige Sieger war und man dann eben eine, eine sehr interessante Storyline mit Brian Danielson, der eben seine Karriere aufs Spiel gesetzt hat und seine, oder seine Fulltime Karriere aufs Spiel gesetzt hat. Nö, nö, er selbst hat gesagt, wenn du mich besiegst, dann werde ich nie wieder wrestlen. Also, äh, wir wussten ja, wie, oder wir wissen ja, wie es rund um Ryan Danielsons Vertragssituation, Wrestling-Situation so steht, zumindest glauben wir es zu wissen oder zumindest in eine Richtung denken zu können, wie es in, wie es so langsam in den, zum Ende seiner Karriere hin aussehen wird und das hat er natürlich auch aufgespielt mit, ich brauche noch eine Nacken-OP und ich bin eigentlich kaputt und alles Mögliche, sodass man legitim auch denken konnte, okay, vielleicht gewinnt Swerve auch, aber, ähm, man hat hier auf alle Fälle einen guten, guten ersten Stein gelegt für eben dann das ab dem Zeitpunkt feststehende Match zwischen Danielson und, und Swerve und Adam Page hat es, glaube ich, nicht so geschadet, weil nun mal, ich glaube, Adam Page der unverwundbarste Charakter von AEW ist, weil der, weil, weil, ich glaube, es gibt keinen wie ihn, der Niederlagen so gut Storyline-mäßig verbauen kann als Adam Page, ähm, das heißt nicht, er soll jetzt nichts gewinnen, zum Glück hat er dann gegen Swerve Strickland auch gewonnen, ich persönlich hätte, hätte auch kein Problem damit, wenn Adam Page nie gegen Swerve Strickland gewonnen hätte, einfach um dieses, um diese Dramatik noch weiter zu erhöhen, aber es ist ja, wie gesagt, Wrestling kann ja nicht immer nur ein richtig und ein falsch haben, deswegen ist das schon ein ziemlich Weg, also es ist krass, dass das unser erstes Match ist für dieses Quartal, weil das halt auch so wegweisend ist für die nächsten Wochen und Monate. Total, und auch Page, wie der sich auch gewandelt hat, ne, der war ja lange Zeit, auch wenn der Show ist, das hast du immer gesehen, er kommt immer durch den Face-Tunnel raus, er ist quasi immer noch überzeugt, er ist der, auf der richtigen Seite und, äh, dann wird das mit dem Match gegen Swerve, wandelt sich das dann doch irgendwie, auch diese Erzählung, also ich muss sagen, für mich als Storyline-Mensch, als Mensch, der sehr gerne Charaktere sieht, Adam Page ist für mich so eine der Säulen, der Story-Erzählung bei AWD, die auch brauchen, weil ganz oft krinkeln die auch da so ein bisschen, aber mit Adam Page kriegen die immer irgendwas hergezaubert, wenn der, sein Titel-Regentschlag war jetzt nicht das mit den besten Storys, sagen wir es mal so, ne, aber alles, was danach kam, was davor war, da war richtig gut was los, und da würde ich sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Es ging ja dann zum Ende hin, es wurde ja immer besser und auch Soulstricted wurde als Champion ja auch immer, immer besser, ne, gerade so mit Will Ospreay, klar, um Gottes Willen, mit Will Ospreay, mit Christian Cage, ne, ne, es ist zwar, er hat sich, er hatte vielleicht nicht die beste Titelverteidigung zu Titelverteidigung, Titel-Regentschaft, aber ich finde schon, dass er gerade auch am Ende mit Adam Page und mit der charakterlichen Entwicklung vom, er war ja am Anfang sehr, sehr babyfaceig, und das ist er halt nun mal nicht. Ne, das passt auch nicht. Ne, absolut nicht, und ich finde da schon, da hat er die Kurve gekriegt, und als er dann den Titel verloren hat, dachte ich mir so, alles klar, hier hat sich jemand glasklar als Main-Eventer etabliert, und das ist auch was, was AEW braucht, weil Swap Strickland kannst du dann wieder als kompletten AEW Erfolg werten, und ja, also insgesamt, so dieses ganze Konstrukt ist schon ziemlich, ziemlich gut, und sicherlich auch das Highlight von AEW, ähm, mit dem man sich dann auch messen kann, äh, sowohl was die Intensität angeht, als auch so, ne, als eine klar benennbare Storyline, weil AEW ist ja nun mal eine, eine, eine Promotion der vielen kleinen Geschichten, die nicht oft ausgesprochen werden, sondern eben der Rivalitäten über einen kürzeren Zeitraum, die dann auch nochmal offengelegt werden, so, ne, die Musik zwischen den Zeilen spielt da so ein bisschen eher den, den Weg gebenden Ton, und das ist eben ein kompletter Kontrast zur WWE zum Beispiel, wo, du weißt halt, was die Storylines sind, weil du, dir fehlt theoretisch einfach nur noch ein Board mit Zusammenfassungen auf der linken Seite, und du wüsstest, ne, ne, und mit, 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 so, so offensichtlich sind halt diese Storylines, und hier hatte man mal wieder so ein Ding, wo man sagen kann, alles klar, das ist so die Geschichte, die, die immer laufen wird, Adam Page gegen Swap Strickland wird nie vorbei sein, das hier war ein neues Kapitel, aber das ist nun mal das, was jetzt drei, vier, fünf Wochen so wirklich aufgrund dieses Nebenschauplatzes mit Danielson gegen, gegen Page, und Page kriegt den Titleshot nicht, will aber trotzdem was mit Zwölf haben, um dann den Umweg nach in Richtung All Out zu kriegen, das ist dann mal wieder so was, was man klar benennen kann, als ein Kapitel dieser großen Geschichte, der halt mit den ganz Großen mithalten kann. Auf jeden Fall, und musst du überlegen, Zwölf war gerade mal vier Monate Schwimmchen, das ist eigentlich keine lange Zeit, aber das hat ihm so gut getan, nochmal, der war ja vorher schon sehr weit oben, aber das war doch so der letzte Schritt nochmal, der ihn wirklich oben jetzt rein zementiert hat, der ist doch nicht mehr wegzudenken. Der macht zwar jetzt ein bisschen Pause, aber das sei ihm auch gegönnt, der hat nämlich ordentlich gearbeitet vorher, und ich bin echt gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ja, und der Nielsen, ja, ich glaube uns beide braucht keiner fragen, dass sie uns darüber gefreut haben, ist, glaube ich, sehr eindeutig. Ich war live in London, ich durfte Final Countdown mitbegrüllen, mein, mein, Brian Nielsen ist mein Lieblingsfester aller Zeiten, und dass ich seinen World Title Sieg live miterleben durfte, gemeinsam mit 50.000 Leuten zusammen, in so einem, das ist ja wirklich so ein ultimatives Endmatch, ne, also alle, ne, so, das ist das Äquivalent zu einem WrestleMania Main Event, ne, sowohl von der, ja, Zahl der Leute, als auch von der Zielführung her, hier ist halt alles oder nichts, und da steckt, da steckt halt voll die Emotion drin, und und Brian Nielsen ist halt so der, der Wrestler, der am, die, wo die Relatability, wie du es vorhin gesagt hast, so am, am höchsten ist, du kannst, das ist halt ein Familienvater, ne, und jemand, der, der, der für sein, ne, am Ende seiner, seiner sportlichen Höhe angekommen ist, jedenfalls meint man das, aber da, äh, rein vom, äh, Handwerklichen ist das wahrscheinlich immer noch das Beste, was es so gibt auf dem Planeten, aber das ist halt verständlich, das ist halt auch nichts Neues im Wrestling, aber das braucht man ja auch nicht, ähm, und wie doof es auch klingt, Brian Nance ist einer, der uns auch vom, vom, äh, vom Alter hier am nächsten liegt, noch von den meisten Wrestlern, weil der ist auch 43, also mir ist er sehr nah, dir noch ein bisschen weiter weg, der ist gerade mal ein Jahr älter als ich, ne? Adam Page ist mein Alter, ne, der ist 33, äh, ach, guck mal, ich wusste gar nicht, der, hätte gedacht, der wäre schon älter, mein Gott, siehst du? Ne, 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 genauso wie Swerve Stricted, hier sind beide mein Alter, ne, Swerve ist auch 33, ähm, ja, aber, aber, äh, Der liegt dann jetzt nur mir in der Haar vom Alter, ist okay, ich hab's verstanden Aber es ist ja, es ist ja ein Ding, äh, mit jemandem zu sein, der dein Alter ist, ja, aber ein anderes Ding quasi, der, weil man ein Wrestling-Fan normalerweise ja wird, bevor man Wrestler wird, oh Wunder, ich weiß, aber dann, wenn du Wrestling-Fan wirst, dann sind nun mal die etwas Älteren gerade am Drücker, sag ich mal so, ne, wenn ich, ne, wenn ich mit 14 Wrestling-Fan geworden bin, sind halt die mit 24 beispielsweise gerade, gerade voll dabei durchzubrechen und und Brian Dennison war halt immer eine Konstante in meiner Karriere, deswegen war er immer auf meinem Radar und, und man hat halt in den letzten zwei Jahrzehnten oder gerade im letzten Jahrzehnt so viel mit ihm durchgemacht, dass, dass halt sowieso eine sehr emotionale Verbindung da ist und dann, das ist halt so ein wirklich ultimatives Ding gewesen. Ich glaube, das hätte nur noch, ich sag mal so, so Wrestling-Poetischer werden können, wenn es halt so ein Ultra-Heal irgendwie gewesen wäre. Aber das wäre vielleicht schon wieder zu viel gewesen. Ich glaube auch. So ist es halt, ne, so wäre es halt wieder ein Sport, ist es halt ein sportlicher Wettkampf gewesen und gleichzeitig halt nicht 100% sicher, weil für mich war es klar, dass Brian Dennison gewinnt, klar, aber da war auch eine Menge Kopf und Herz noch mit dabei, der sagt, natürlich verliert er nicht. Aber rein vom, rein vom Haben und von dem, was passiert wurde und einfach, wenn man sich das ganz nicht dann anguckt, dann ist ein 12-Stricted-Sieg nicht unwahrscheinlich gewesen, sondern das, dann, dann, dann war das halt so, ja, okay, der kann halt seine, seine Regentschaft noch weiter zementieren, wenn er Danielson einfach besiegt. Liegt nicht weit entfernt. Für jeden, der nicht so ganz nah dran ist, wie wir das ja sind, war das, glaube ich, auch noch spannender, das Match, wie für uns, glaube ich. Also für den Casual Wrestling Show, war das super. Ja, also ich habe mitgefiebert, ich habe mitgefiebert, ich habe mit gefreut, ähm, ja, also deswegen, ja, ja, das ist, ich werde wenige Wrestling-Momente erleben, die emotional so weit gehen. Ich habe, der erste so emotionaler Wrestling-Moment war, als El Generico das 16-Karat-Gold 2012 gewonnen hat, 13-1, ich weiß gar nicht genau wann. Das weiß ich auch nicht. Ähm, nee, 11 war mein erstes, da müsste es 2012 gewesen sein. Ähm, und, und, und das jetzt ist halt, auch wenn man live mit dabei war und wie oft bist du live bei einer, bei einer, bei einer WWE-Großveranstaltung mit dabei, wo relevante Dinge passieren. Jetzt mal eingeschränkt, weil ich war zufällig bei einer WWE-Großveranstaltung. Ähm, aber, ähm, ja, nee, also das war, das, Game-Over-geil, also da, was, ich werde mir dieses Match auch nicht noch mal angucken. Das ist für mich das Beste, was ich jemals gesehen habe und Ende. Ich habe es jetzt mittlerweile dreimal gesehen. Ich kann dir sagen, es wird nicht schlechter, wenn du es noch mal guckst. Das ist so. Ja, du hast deinen Tour noch aus. Das ist schon mal gut. Ähm, ähm, ja, und Brian Danes hat jetzt angefangen, der fängt jetzt dran, seinen Titel zu verteidigen. Er hat, was ich ganz schön fand, dass man Jack Perry eine Chance gegeben hat, weil der Kerl auch einen guten Sprung gemacht hat, zu dem er zurück ist mit seinem Skate-Group-Gimmick. Der, der am meisten aus CM Punk profitiert hat, irgendwie. Aber letztens schon drüber gesprochen. Ja, die, die, ich glaube, ich, ich glaube, die Einzigen, die noch mehr davon profitiert haben, sind CM Punk-Fans. Ja, gut. Äh, der, 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 der Diskurs rund um ihn, dem hat es auch sicherlich nicht geschadet, aber ja, also das tatsächlich ist ein inhaltlich gewinnbringenden Sieg, äh, jemand gibt, der sagt, alles klar, wenn das nicht gewesen wäre, dann würde ich nicht dastehen, wo ich jetzt stehe. Doch, das ist Jack Perry. Das ist, das ist dann dieser Auftritt bei New Japan in Chicago, das ist dann die Rückkehr zur AEW, der Heel-Turn in Richtung Elite, nein, nicht der Heel-Turn, aber der, der, der Turn in Richtung Elite und dann eben, äh, der Sieg gegen Danielson, äh, den er einfahren konnte. Also das, das ist, das ist, das ist ja doch, das, 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 es ist schon ein anderer Jack Perry, als wie wir ihn vor seiner Suspendierung erlebt haben. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob er das mit Absicht stört hat, aber er hat von seiner Mimik, kommt er seinem Vater auch immer näher. Also du, ich weiß gar nicht, du bist, glaube ich, ja, du bist eigentlich zu jung, um die Serie damals gesehen zu haben. Nee, ich hab, ich hab, ich hab, ich durfte Beverly Hills 90210 noch, also die, die Wiederholungen, hab ich, äh, hab ich gesehen. Also ich hab, ich hab, ich hab Luke Perry auch gesehen, ja. Ja. Und ich find, von, von, von der, von der Mimik her, kommt er seinem Vater immer näher. Ja, doch, 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 dieses, 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 dieses selbstsicherliche Grinsen mit der, also einer einen Seite in die Kamera rein. Ja, doch, ja, doch, ist schon richtig, ist schon richtig. Ja, ist schon, also, ich freu mich auch für den, weil, ich muss sagen, Jack Perry, ich fand den Anfang schon gut, das war natürlich mit seinem, mit seinem Tatsangimmick ein bisschen schwierig, weil das halt nicht so richtig greifbar ist, wenn du damit was draus machen willst. Hat halt eine Halbwertszeit, ne? Ja, genau. Das ist halt so ein, so doof ist gesagt, das ist halt so ein Indie-Gemick, ne? Das ist so was, womit der Indie gut Shikara und Co. auch immer Spaß haben kannst, auch bei PWG und so, aber halt schon längere Erzählung, wie hier, ist halt der Wechsel echt gut. Und das haben sie gut gemacht. Ja, und jetzt, aber was die jetzt Richtung Grandstander machen, das ist auch ein bisschen merkwürdig, ne? Erst hieß es, ja, Darby Allen hat sich einen Titelspot gesichert. Jetzt soll er quasi, nimmt, kann er den nicht in Anspruch nehmen, weil Bryan nicht fit ist. Da wird Bryan aber rausgefordert von Nigel McGillis. Also, dass ich mich auf das Match mit Nigel McGillis sehr freue, das ist klar. Aber dieser Weg dahin, der war ein bisschen schräg. Also, man kann froh sein, dass das, was am Ende da rauskommt, glaube ich, ganz cool ist, weil sonst wären die Fragen größer geworden. So ist man, glaube ich, gewillt zu sagen, ja, war komisch, aber ist halt geil, was am Ende da rauskommt. Ähm, ja, man hatte so, glaube ich, Ideen und hat die sich so ganz zu Ende gekocht. Oh, Wunder, AEW hat Ideen, die nicht zu Ende gekocht sind. Das ist ja auch nichts Neues. Aber sind ja beides Geschichten, die man hätte einfacher lösen können, ne? Wie Moxley hat gehört, dass Danielson, dass ich Danielson so hart verletzt habe, dass ich was anderes mir suchen oder dass, oder dass, dass Darby Allen nicht seinen Titelshot einlösen kann. Also, wenn ich, dass er ihn aufs Spiel setzt. Ja, genau. Also, oder es fehlen so kleine Verbindungspunkte. Aber das reicht ja aus, dass das ganze Konstrukt zusammenbricht. Und das war dann halt in der Weir der Ausgabe, dass Nigel McGuinness ihn dann herausfordert. Ja, du hast dann ja nichts zu tun. Ja, klar, weil das, was ich hatte, auseinandergeworfen ist. Hätte man auch verhindern können, indem man einfach sagt, gar nicht ankündigt, wo Darby Allen seinen Titelshot hat. Ja, genau. Oder du machst die beiden Segmente, streckst die einfach über zwei Ausgaben. Dann hast du, das ist ja schon viel angenehmer. Wenn du weißt, Darby hat jetzt durch den Ärger mit Moxley, der geht ja jetzt dahin. Und dann sagt Nigel, so. Kleine kosmetische Sachen. Ist das deswegen scheiße? Nein. Es sind halt so kleine, das ist halt so ein offensichtlicher Moment, so wenn du eine Serie guckst und da sind auch so zwei Momente. Das passt nicht. Und wie gesagt, man kann sehr froh sein, dass wir am Ende dadurch Darby Allen gegen John Moxley bekommen mit einem frisch heel getörnten John Moxley, was ich super spannend finde. Und du hast halt endlich Danielson gegen McGuinness. Es wird vielleicht auch noch andere Gründe geben, warum man das jetzt vielleicht ein bisschen beschleunigt. Es gibt Gründe, aber die wissen wir alle nicht. Das Einzige, was wir halt zu sehen bekommen haben, dass innerhalb von einer Stunde das ein bisschen weird war. Aber ich habe lieber ein bisschen weird und ein gutes Endergebnis als einen völlig logischen Bullshit. Ich meine, wir haben Chris Jericho ja auch noch gesehen. Ja, wo du es gerade sagst. Non-Title, Stampeed, Streetfight. Chris Jericho gegen Samoa Joe. Chris Jericho gewinnt gegen Samoa Joe, weil Samoa Joe die zweite Staffel von Twisted Metal produzieren muss und deswegen raus ist und ein bisschen Pause braucht, dass Chris Jericho im Jahr 2024 noch gegen Samoa Joe gewinnen muss. Na ja, gut. It is, it is. Chris Jericho hat sich neu erfunden. Ob das jetzt funktioniert, für mich nicht. Er fühlt sich, glaube ich, sehr cool mit seinem Meta-Gimmick da. Aber ich finde auch gerade, ist er in so einer Rolle, wo er auch den Leuten, die in seinem Stable sind, nicht mehr gut tut. Es gibt dieses komische Meme, was es auf Twitter rumläuft. Sie unterhalten sich und sagt so, hey, ich schnippse jetzt mit den Fingern und du vergisst, dass du schwul warst. Und er so, hä, aber ich bin doch gar nicht schwul. Und er hat gesagt, ja, ja, ganz genau. Und er guckt nur in die Kamera und guckt so, mhm, mhm, mhm. Und hier ist das ähnlich im Sinne von, wir mögen Chris Jericho nicht. Aha, das ist mein Gimmick. So ein bisschen, eben so einreden, so, hm. Ich kann mit Chris Jericho nichts mehr anfangen und ich bin durch. Ich bin, glaube ich, durch. Ich, äh, ich, so, es gibt genug Leute, die es immer noch anscheinend gut finden und die es rezeptiv finden. Oder die rezeptiv dafür sind und sagen, ha, ist doch ganz witzig. Ich brauche ganz witzigen Chris Jericho auch nicht mehr. Nee. Brian Keith ist so ein guter Mann und dass der verkommt, ne, in dieser, in dieser Gruppierung. Big Bill hilft es vielleicht noch, weil er ja irgendwie dann so eine, so eine Kult, äh, Folge, äh, Volksschaft kriegt. Äh, das ist auch sehr witzig, ja. Aber, aber Brian Keith ist doch gerade, oder gerade das gleiche Problem wie Daniel Garcia in dem Chris Jericho Stable, oder? Dieses nicht so richtig dadurch rauskommen. Ja. Ja, es ist, es ist wahrscheinlich richtig und vielleicht ist es für Brian Keith auch notwendig. Ich, ich behaupte ja, dass Daniel Garcia nicht langfristigen Schaden durch Chris Jericho genommen hat, sondern dass, das halt, ne, als wenn du eine Cola-Flasche schüttelst und du halt die Kohlensäure oben auffängst, ne, irgendwann bricht es dann aus. Vielleicht hättest du das nicht getan, wenn du nicht dieses Zurückhalten gehabt hättest. Aber dafür ist Brian Keith nicht lang genug bei AW, damit man seinen wahren Wert irgendwie zu sehen bekommt, sondern der ist ja relativ schnell, nachdem er seine erste populäre Phase hatte, sofort zu Chris Jericho gekommen. Ich bin's durch. Ich hab auch, ich, ich bin auch Chris Jericho-Diskussionen so satt und, und die Segmente bin ich satt und ich bin einfach satt. Und ich, 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 und, und selbst wenn er sich neu entwickelt, dann mag er wieder was Tolles machen und das mag besser sein, aber das ist ein Platz, der einfach notwendig ist für andere Leute. Und das, und das, und nie war das so, so, äh, präsent wie jetzt, dass ich sage, Chris Jericho, selbst wenn du dich nochmal neu entwickelst, entwickle dich woanders neu. Geh zur WWE. Geh, geh weg. Mach irgendwas anderes. Hilft Dustin Rhodes, seine Liga in Texas aufzubauen, Ende des Jahres? Ja, dann müssen wir ihn immer noch sehen. Ja, ich nicht. Wenn er bei der WWE wäre, wüsste ich wenigstens, dass er nicht zu AEW zurückkommt. Ja, gut, das stimmt, das stimmt. Kann ich, kann ich, kann ich, äh, Jack Perry eine Fede mit Chris Jericho haben und dann, dann, dann gibt's irgendwie. Blunderlichstown. Ja, oder da gibt's wieder irgendwie Backstage gekabbelt und dann muss Chris Jericho gehen. Das wär mein Ding. Das passiert dann aber erst bei, äh, All Out nächstes Jahr wegen Brawl Out und so hat das nicht hin. Ja, ja, dann soll er bis dahin mit Fossi tun oder so. Wobei ich sagen muss, Fossi, ich hab die jetzt wirklich auch bei, bei All In ja auch gesehen. Ich kann auch nicht so ganz den, den Spaß an Fossi verstehen. Die sind für mich halt so sehr durchschnitt. Die sind okay, aber das ist für mich eine sehr durchschnittliche Band, muss ich leider sagen. Also Musikgeschmäcker sind ja auch verschieden und ich bin jetzt auch nicht der, ich bin jetzt auch niemand, der behauptet, irgendwie einen grandiosen Musikgeschmack zu haben oder, oder der Kenner zu sein oder was auch immer, aber ich behaupte, wenn diese Band nicht Chris Jericho in der Band hatte, dann hätte sie null Relevanz. Das kann sich gut sein. Aber wir reden viel zu lange über Chris Jericho, wie gesagt, Samoa Joe ist gerade bei Dreharbeiten, über den können wir auch nicht viel reden, ja. Und wurde sicherlich auch gescannt für Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii. Ja, stimmt. Vermutlich. Das ist auch herrlich. Was hatten wir noch? Wir hatten AEW International Title Number One Contendership, boah, die haben aber auch Titel, Contendership Global Glory 4-Way Match. Ja, sie haben gemerkt, dass sie vier Leute haben, die nicht aus Amerika kommen, also ist es ein Global Glory 4-Way Match. Macht das nicht eh Sinn, dass bei den internationalen Titeln Leute antreten, die nicht aus Amerika kommen vielleicht. Du hinterfragst wieder Sachen, die man nicht hinterfragen sollte vielleicht. Ja, durchaus. Aber Peck hat wieder seine Titelchance gekriegt, das ist schon mal schön. Das freut mich für ihn. Ich mag Peck ja, der ist halt selten da, aber wenn man ihn sieht, der hat einen ganz netten Charakter, der macht seine Sache gut. Der passt für mich. Im Ring sowieso super. Wer jetzt? Peck. Ja. Peck. Wie auch immer. Man war ja ein bisschen überrascht, dass er zum Blackpool Combat Club dann geturnt ist, beziehungsweise, dass man jemanden suchte, der mit Peck die Titel gewinnt, damit Peck in England einen Titel gewinnt, weil die Lucha Brothers ja bald weg sind oder so ähnlich. Ja. Ob man sich dann mehr Gedanken gemacht hat und das Ganze plötzlich aufgrund des Turns von Blackpool Combat Club gegen Danielson vielleicht dann doch viel durchdachter war, als ich so mancher dachte, lasse ich mal dahingestellt. Es ist auf alle Fälle ganz cool gelöst und zu dem Zeitpunkt wusste man ja noch... Hat man aus der Not eine Tune gemacht oder war das schon immer so geplant? Ja, letztendlich war das ja hier auch der Titelshot, den Peck gewonnen hat, wo man eigentlich dachte, er würde er würde den bei All-In kriegen und dann gab es da ja auch andere Entwicklungen, sodass er den Titelshot erst bei All-Out bekommen hat. Was jetzt nicht großartig weiter schlimm war, weil dadurch man eine große Feder hatte und die andere, der eben dann auch abgehandelt worden ist, dadurch, dass der Blackpool Combat Club dann geturnt ist. Ja, man vergisst manchmal, wie weltklasse er ist, wenn er wrestelt und ich bin froh, dass er es in letzter Zeit sehr häufig auf hoher Ebene tun durfte. Ja. Wir haben ihn noch lange wieder nicht gesehen. Er war eine ganze Zeit wieder weg und ist jetzt Gott sei Dank erst mal wieder da, hat jetzt auch was zu tun, eine Story zu erzählen. Das freut mich. Richtig. Er ist ja immer so jemand, der auch mal Phasen hat, wo er einfach nicht da ist. Er war von Juli 23 bis März 2024 einfach gar nicht da, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass er einfach in England lebt und ist ja gut, dass es diese Phasen geben kann, muss man ja auch sagen. Das ist zwar dann nicht so fokussiert wie bei einer Promotion beispielsweise, wo einfach immer alle da sind und das war's, aber wenn man mit dem Mindset so leben kann und vielleicht doch so ein bisschen an die Wrestler denkt, die dadurch vielleicht auch mal so eine Auszeit kriegen können, ist ja auch nicht schlecht. Ich find das super, also rein von dem Schutz der Mitarbeiter, sagen wir mal, ist das eine super Sache, wenn die zwischendurch sich mal ein bisschen regenerieren können und dann vielleicht gestärkt wiederkommen können, ist das schon schön. Ja. Ja, dann hatten wir noch das Own-Heart-Finale der Frauen, Mariah May-Hartouli. Willst du dich noch auf die anderen drei Leute noch eingehen? Ja, wir können jetzt schon sprechen, ja. Dann Claudio, ja, Claudio Castelluli, klar. Wir wissen, Claudio, auch Blackpool Compact Club mit dabei. Ähm, gerade auch schön mitgeturnt, ne? Ist mitgeturnt, hat den entscheidenden Uppercut gegen Danielson gezeigt, ähm, war dann ja auch ganz weit unterwegs, hatte, hatte, äh, seine starken Wochen hier mit dem Continental-Title-Match gegen Okada, mit dem Sieg des, äh, Grand Prix International im, bei CMLL, wo er die Trophäe dann spaziergetragen hat auch noch, äh, und nach, nach England mitgebracht hat. Es, er wird immer jemand bleiben, den die Leute eigentlich im Main-Event sehen wollen. Ich glaube nicht, dass er jemand für den Main-Event ist, nicht, weil er es nicht kann, sondern einfach, weil er in einer Promotion ist, wo es, 50 Leute gleichzeitig tun können. Das kann nicht jeder im Main-Event sein. Wenn ich ihn zu sehen bekomme, bin ich immer sehr, sehr glücklich und ich bekomme ihn in letzter Zeit sehr, sehr häufig zu sehen und bin sehr gespannt, wie er als Heel sein wird, weil das haben wir ja auch noch nicht, denn wir haben ihn ja, also im Ring, meine ich jetzt, weil wir ihn bisher auch nur bei All Out jetzt zuletzt gegen die Young Bucks gesehen haben. Finde ich gut. Ich finde, ich finde gut, was er mit Claudio macht. Das ist so, der, der, der ewige Uppercader, muss man leider jetzt mit, auch klarkommen, aber wenn er dann mal so seine, seine zwei, zwei, drei Wochen hat, wo er krasse Matches hat und auch bei CMLL sein darf und so, dann nehme ich das auf jeden Fall. Aber es ist ja auch nichts Schlimmes, wenn du in deiner Karriere bei AEW immer in der Abrakade unterwegs bist, weil WWE wurde ja immer durchgespült bis nach ganz unten zwischendurch. Also das ist schon eine deutliche Verwisserung für ihn, die Position, die er jetzt da einnimmt. Und ich finde auch, er hat auch was dazu gewonnen, was er vorher nicht so hatte. Ich finde, er wirkt deutlich besser und wenn ich, wenn man mir sagen würde, oh, Claudio Castanoli kommt jetzt nächstes Jahr zum Karat und gewinnt das Ding, als Außenseiter, als hier vielleicht, da würde ich sagen, nehme ich sofort. Also da würde ich ihn sehen, in diesen Ebenen sofort. Das würde er mitbringen. Finde ich super. Absolut. Und warum du gerade den Uppercut gesagt hast, ich finde, in dieser Story und dieses Setting von Brian Danitz mit diesem Uppercut fand ich so großartig, weil logischerweise, der hatte keinen Schwung genommen, nichts. Der Uppercut war nicht, um den zu schwächen, sondern einfach nur ein Statement zu zeigen. Richtig. Hat der Danitz auch nicht groß gesellt, der lag dann ja da, aber dann hat Moxley mit der Tüte an. Da reden wir später drüber, über das Thema. Ei, ei, ei. Wheeler Jutta war mit dabei, auch der macht es gerade wirklich gut. Vielleicht tut es ihm auch gut, wenn er vom Blackpool-Comic-Hub mal wegkommt, dass er so etwas Eigenes macht. Mal gucken. Er ist ja in der Storyline drin. Wir werden ja jetzt sehen, wie er seine, er ist ja Trios-Champion gemeinsam mit Claudio und Pac. Er muss ja den Titel verteidigen und es gab ja dann noch das Segment hier, Wheeler, wir haben eine Vertiefenverteidigung, sei da. Finde ich spannend, weil Wheeler Jutta hat irgendwas gebraucht, wodurch er ausbricht und das ist zumindest bei der Start. Also wer weiß, wie es am Ende sein wird, aber ich finde es zumindest ganz gut, man hat ihn jetzt auch bei fast jeder Show irgendwie präsentiert und da war er vielleicht ein bisschen übermäßig, hat er so auf seinen Titel geguckt und gesagt, ah, ich fühle mich nicht so gut dabei und musste dann erst in den Matches, die er dann hatte, so ein bisschen zur Raison geprügelt werden, damit er dann richtig zurückschlagen konnte. Vielleicht ein bisschen übermäßig, aber ich finde es aber gut. Also das ist wieder mal so ein Ding, oh, man macht jetzt was und ich hoffe, dass es auch am Ende Früchte tragen wird. Ich auch, ich will noch was sagen, ich erinnere mich noch dran, dass als Wheeler Jutta noch von Walter bei der WXW zershoppt wurde, als Walter da über Wheeler Jutta quasi geturnt ist, indem er den komplett zerlegt hat in einem Match. Aber auch die Entwicklung bei dem finde ich richtig, richtig stark und er hat jetzt gerade so ein bisschen diese Position, die wir damals hatten, als wir noch Swerve und Keith Lee im Tag Team hatten, wo der Partner schon full Heel ist, so ziemlich und er hat jetzt so mit Lebenus, wobei er zerrissener ist, als er es bei Keith Lee hatten. Da war das ja noch ein bisschen anders. Aber ich bin gespannt, was man draus macht und ich hoffe, dass er damit seinen nächsten Schritt auch kriegt, weil auch er hat es verdient. Er macht auch immer gute Arbeit und man muss halt auch die, ich gucke mal eben drauf, Jüngeren, ja 27, die Jüngeren auch mal weiter nach oben pushen, weil irgendwann die Eltern auch da mal weg. Das stimmt. Kai Fletcher haben wir noch mit in der Reihe. Ich hatte ja so gehofft, dass wir Mark Davis mittlerweile wieder haben im dritten Quartal. Leider wohl noch immer nicht. Aber Kai Fletcher ist auch so, der steht zwischen Will Osprey und der Don Callis-Family. Ja, ist es schlecht, dass Mark Davis noch nicht da ist? Überleg dir mal, wo er wäre, wenn er im Tag-Team stehen würde. Er ist schlecht für Mark Davis. Naja, was ist eine prominentere Rolle? Kai Fletcher wird jetzt ganz klar so, als das Ass von Don Callis-Family gezeigt. Er ist jemand, auf den man offensichtlich dann doch einiges mehr setzen möchte, als man den Anschein hat. Er hatte das erste Match gegen Ricochet, er hatte ein Match gegen Kazuchika Okada und die Tag-Team-Division ist derzeit halt rotz bei AEW. Und ich glaube auch nicht, dass die Anwesenheit von Aussie Open das tatsächlich groß verändert hätte, weil die Young Bucks blockieren den Titel halt da oben. Und so... Witzig ist dann einfach, dass er jetzt gerade, trotz der MC ist, weil es so gut ist, gerade Nummer 1 Herausforderung auf die Tag-Team-Titel ist. Ja, aber das hat ja letztendlich ein leeres Bewandtnis. Das ist halt eine Story. Und ja, muss man dafür dann einen Number-One-Contendership-Gauntlet-Match rauben, dann noch mit dem International zusammen. Ja, das ist natürlich dann eine andere Sache, aber ich glaube, dass man viel von Kyle Fletcher hält, in meinen Augen auch vollkommen zu Recht. Und wenn er nicht die Möglichkeit gehabt hätte, seine Singles-Performances so zu präsentieren, wie er es in den letzten Monaten getan hätte, dann wäre er wahrscheinlich ein Tag-Team-Wrestler von vielen. Und so ist er jemand, wo du genau weißt, okay, wir wollen viel mit dem machen. Wir haben immer die Option, wenn Mark Davis zurückkommt, ihn in Aussie Open zu packen und eines der besten Tag-Tips der Welt zu haben. Aber vielleicht möchte man ja auch mehr mit Kyle Fletcher machen, gerade wenn man bedenkt, dass man ja nächstes Jahr nach Australien geht und eventuell jedes Zugpferd, was man irgendwie aus welchem Grund auch immer haben kann. Und dazu gehört nun mal auch, dass man jemanden aus Australien hat, der dann auch den australischen Banner quasi schwenken kann. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass Mark Davis nicht da ist, zumindest für Kyle Fletchers Karriere. Ja, klar. Ich sage ja, für Mark Davis ist es eigentlich eher schlecht, weil er halt so ein bisschen, ich weiß gar nicht, habt ihr mal da mal gehört, wie es sein gesunder Zustand ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Aber, klar, Kyle Fletcher hat einen richtig guten Weg. Ich finde auch, dass der sich auch deutlich wiederum entwickelt hat, weil der war, ganz blöd gesagt, ich fand den aus die Open lange Zeit sehr blass halt. Er ist der Lappen des Teams gewesen. Ja, genau. Mit einer komischen Frisur und komische Schulterpads und flippt halt durch die Gegend. Und auch ja, er ist immer noch nicht das Muskelmonster vielleicht, aber er geht ja nun mal den Weg, den Will Ospreay auch gegangen hat. Die Parallelen sind ja da. und Kyle Fletcher ist jetzt wie viele Jahre jünger als Will Ospreay? Fünf, meine ich. Ich glaube, der ist Mitte 20, Kyle Fletcher. 25 und Will Ospreay ist 31. Wir spulen mal sechs Jahre Will Ospreay zurück, dann sind wir im Jahre 2018. Das ist so das Jahr, wo er im Juniorbereich rumgedullert ist von New Japan und bei Wrestling gegen den Titel gewonnen hat, den Junior-Title. Vielleicht ist Kyle Fletcher jetzt schon eine Ebene weiter, als es Will Ospreay zu dem Zeitpunkt war. Rein von seiner Präsentation und von seinem wrestlerischen Können her. Ja, so schön. Schwer ist es natürlich, diesen raketenhaften Sprung dann zu machen, den ein Will Ospreay getan hat, weil, ich gucke mal gerade, 185, 100 und Kyle Fletcher ist 1,91 und 93 Kilo. Also, das ist größer als Will Ospreay. Wow, okay. Der wirkt aber sehr groß. Ja, das ist richtig, rein vom Paket her. was ich damit sagen will, ist, dass natürlich, wenn man jemanden, ich sag mal, hypt, und dann muss er Fußstapfen auch noch filmen von einem der besten Wrestler, den es gibt im Wrestling, dann ist das immer schwer. Aber wenn das jemand kann, dann ist es Kyle Fletcher, glaube ich, und ich bin froh, dass AW frühzeitig versucht, da schon ein paar Körnchen zu legen, dass ich glaube nicht, dass er irgendwie was Großes in der nahen Zukunft erreichen wird, im Sinne von großen Singles Run oder so, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Midcard-Titeln, aber das ist jemand, mit dem AW plant, ob nun mit oder ohne Mark Davis, und ich bin sehr gespannt, was die Zukunft uns so bringt, und deswegen finde ich auch ganz spannend, was man in den letzten Wochen und Monaten mit ihm getan hat. Ja, es ist halt schön, dass er einfach was kriegt und nicht nur so rumdümpelt, das ist schon eine schöne Sache. Und das scheint man ja langsam auch wieder mehr zu versuchen, werden wir noch Takesh, da mit dem wir später noch sprechen, wo er auch langsam mal auszieht, als würde da irgendwas passieren. Ist das so? Ich hoffe es. Ich weiß nicht, außer ein paar Blicke mit Okada geteilt hat er noch nicht. Vielleicht ist es auch der Wunsch mehr, der Schöpfer des Gedanken, ich weiß nicht so genau. Ja, und wir hatten im Match natürlich auch noch Tomohiro Ishii, die Allzweckwaffe mittlerweile von AEW, wenn man noch einen großen, bulligen Image braucht. Ja, es ist ein Luxus quasi, den Sommerorlaub von Tomohiro Ishii sein zu dürfen. Er war nicht im G1 Climax und deswegen durfte er den Sommer quasi bei AEW verbringen. War dann Teil der Conglomeration, dem Stable, der abtrünnigen Babyfaces, die nichts zu tun haben mit Mark Brisco, Kyle O'Reilly und so ein bisschen noch mit Orange Cassidy mit drin. Man hat aus nichts hat man ein bisschen was rausgeholt und das muss man auch erst mal schaffen. So einfach ist das, wenn einfach vier random Leute und das ist nun mal auch deren, deswegen heißt es ja Conglomeration, Zusammenkunft von Leuten. Und damit Mark Brisco als Sprachrohr, der dann ja einen Kyle O'Reilly fasziniert und einen Tom Ishii halt so gar nichts bringt, sondern der guckt halt. Das ist halt schon, okay, wir geben halt dem Kind einen Namen und dann war es das. Und das ist doch vollkommen okay, weil ich glaube, wenn du die vier einfach nur so in Segmenten hättest, dann würden die Leute sagen, das macht doch gar keinen Sinn. So, okay, sie haben einen Stable-Namen. Wir haben den ganzen Namen gegeben. Oh, okay. Alle halt ganz nette Matches. Und er ist weit davon entfernt. Er ist 48. Ja, mein Gott. Wrestlerisch gesehen ist er nun mal da auch relativ weit am Ende seiner Karriere. Aber er macht den Job gut für das Alter noch, muss ich echt sagen. Er ist halt, was halt ganz nett ist, er ist halt TV-präsentabler geworden. Das heißt nichts mit dem Aussehen, sondern dadurch, dass er vielleicht nicht mehr so ganz 150 Prozent wie vor zehn Jahren geben muss oder geben kann, ist er halt bite-sized vielleicht besser für AW als es damals der Fall war. Weil vor zehn Jahren, wenn es AW vor zehn Jahren gegeben hätte und er wäre aufgetreten, hätte er alle Leute verprügelt. Das wäre halt auch nicht gut gewesen. So ist er halt immer da. Er kann verlieren, er muss nicht gewinnen. Er hat Namen, die Leute freuen sich, wenn sie ihn sehen, sie wissen, was sie bekommen, was man, wenn Tomyuri Ishii Sirene ertönt und die Hunde bellen, dann weißt du ganz genau, ist klar, jetzt gibts aufs Maul. Das geht jetzt zehn bis zwölf Minuten und wir haben Spaß. Und das ist auch ein sehr guter Vorteil und gerade in so Multiman-Matches wie hier ist das natürlich unterstützt und ist ganz praxis. Also ich bin froh, den Sommer von Ishii hier 2024 gesehen zu haben. Das war ganz nett. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. So, dann kommen wir jetzt zu den Damen. Ohne Hard-Damen-Finale. Ich lese nicht mehr den ganzen Titel vor. Also, Mariah May besiegt Willow Nightingale und wir haben hier nicht nur den Sieg von Mariah May, die sich damit das Titelmatch gegen Tony Storm sichert hat, aber wir haben auch den Turn von Mariah May gegen Tony Storm mit dem blutigen Schuh am Ende. Wie sind deine Eindrücke zu Mariah May? Gespalten? Also, ich glaube, wir müssen nicht viel über den Engel danach sagen. Der war sehr, sehr erfolgreich, sehr, sehr gut visuell sehr, sehr stark und hat die Feder auch auf eine andere Ebene gehoben, wie ich persönlich finde, aber auf einer Ebene, die danach nicht mehr so ganz diese Stufe erreichen konnte. Ja, sie haben ein bisschen die Peak erreicht, sind dann noch ein bisschen runtergerutscht. Das war immer noch gut, aber nicht mehr so, die haben nicht den Höhepunkt bis zum Pay-Per-View geschafft. Nee, und ich bin ja schon nicht der größte Fan von Tony Storms Gimmick gewesen. Ich war dann ganz froh, dass sie es halt fokussiert haben, immer noch auf dieses übertriebene, aber vielleicht ein bisschen mehr auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt haben. Das Problem ist halt, dass ich nicht finde, dass Mariah May diesen großen Spot, die sie dann bekommen hat, auch diese Promo, die sie gehalten hat und so, dass es hier und da nicht so ganz geklappt hat, wie ich es mir persönlich vorgestellt habe. Ich bin nicht enttäuscht, aber ich hatte auch nicht so die hohe Vorschussmeinung von Mariah May, wie sie viele andere hatten. Weil, oh, sie war bei Stardom. Okay. Sondern auch da war sie ja schon mehr zum, ich sag mal, zum Lernen und zum Größerwerden zu dem, was sie dann eben jetzt geworden ist. Dass das, man muss das ja mal im Kontext sehen zu dem, was wir jetzt in den ganzen Quartalsberichten ja auch gesagt haben. Dass das, was die Damen derzeit zeigen dürfen, positiv gesehen, so weit von dem entfernt ist, was wir vor einem Jahr oder anderthalb Jahren zu sehen bekommen haben, ich glaube, das müssen wir gar nicht erwähnen. Gerade was große Matches angerät, große Spots, hast du nicht gesehen alles. Das tatsächlich legitime Einsätze von Wrestler und Wrestlerinnen, äh, von Wrestlerinnen, äh, bei den Großveranstaltungen, bei den Wochenschows, wo vieles wirklich Hand und Fuß und Geschichte hat und nicht einfach nur dahin geklatscht ist, manchmal immer noch schon, aber im Großen und Ganzen, wo, wo, wo man, wo man zwar immer noch sagen kann, hey, warum gibt's denn nur ein Damenmatch, warum gibt's denn nicht mal zwei, ähm, oder hey, aber es gibt zumindest, es gibt mehrere Fäden, die gleichzeitig laufen, außerhalb des Titelgeschehens. Wann hatten wir denn das mal? Bei AEW noch nie. Und besonders die größte Fäde, die aktuell so im Laufen ist oder im Laufen war, geht um keinen Titel. Denn ich find, die größte Fäde ist weder die zwischen Made to the Storm gewesen, noch die um Mercedes-Munay rum, das war ja eh eine ganz andere Baustelle nochmal, sondern das war halt Chris Stedt Lender und Willow Nightingale, oder ist die Fäde. Viele waren ja auch sehr entzückt von diesem, äh, von diesem Hardcore-Match, was sie dann, von diesem Streetfight, den sie bei All Out hatten. Ich bin kein Fan von Hardcore-Brawls. Ich auch nicht. Ist das nicht so meins, aber ich kann... Ich kann... Ja, natürlich, ohne Frage. Und beide sind auch durch diese Fäde noch weiter gewachsen. Ja. Und allein, dass du halt drei große Women's Matches, nee, zwei große Women's Matches, es gab ja kein Mariah May Match bei All Out. Aber, ähm, es ist schon bezeichnend, dass diese Entwicklung stattgefunden hat, dass Mariah May das O-N-Hard-Turnier gewinnt. Und ich glaube, das konnte jeder Meilenwein gegen den Wind riechen, weil es halt notwendig war. Ja, weil die Form war eindeutig. Aber auch hier hat man zumindest mit Willow Nightingale versucht, eine Dame zu bringen, die irgendwie sehr präsent in den Köpfen der ZuschauerInnen war. Dass sie natürlich das Turnier schon einmal gewonnen hat, nämlich im Vorjahr, hat sie jetzt nicht unbedingt zur Favoritin gemacht. Aber, äh, ja, mein Meckern bei dieser Mariah May gegen Toni Storm-Fäde ist auf, möchte ich auch ganz klar sagen, auf hohem Niveau. Ja. Und ich bin Toni Storm nicht ganz positiv gegenüber eingestellt, bei der Meinung, dass Mariah May so den ein oder anderen Fumble hatte, wenn man in Football-Sprache sein möchte, was so die großen Spots angeht. Aber im Großen und Ganzen gehen die Leute drauf ab. Und das ist das Wichtigste. AW ist nicht für mich, AW ist für alle. Und im Großen und Ganzen waren die Leute sehr zufrieden damit. Auch das Match zwischen Mariah May und Toni Storm bei All-In hat sehr, sehr gute Kritiken gekriegt. Ähm, und, und, ja, am Ende durfte Mariah May dann, oder konnte Mariah May dann eben zum Glück den Titel gewinnen, weil wenigstens gab es dann den Pay-Off und das Happy End so hart es klingt, weil es ja nicht ganz von der Gesinnung her passt, aber es war halt der, der Abschluss des Aufstieges von Mariah May. Und was dann danach kam, das lassen wir mal so dahingestellt, das ist so dieses typische AW-Follow-Up, was nicht so ganz klappt. Ich bin froh, dass sie zumindest präsent ist und dass man mit Mina Shirakawa jetzt einen Anschlusspunkt hat, der Sinn macht. Aber sie ist schon mal nicht mehr ganz so, so, so relevant, wie sie es zu All-In war, sagen wir es mal so. Nee, leider nicht. Das ist wirklich ein bisschen, ein bisschen runtergekühlt jetzt. Mal gucken, was jetzt noch kommt. So, lass uns weiterspringen. So, ich hab für dich natürlich die nächste große Show. AEW Rampage, Royal Rampage? Nein, Dabi Allen hat das Match gewonnen, um das, um den AEW World Title, das Match zu kriegen bei Grand Stim, worüber wir gesprochen haben, dass er jetzt nicht, kriegt. Ja. Brauchen wir nicht weiter drüber reden. Damit nichts bei dieser Show braucht man sonst ansprechen. Nee. Wir könnten mal kurz über Blood & Guts sprechen. Wir hatten ja Blood & Guts und Anarchy in the Arena war, ich weiß gar nicht, war das vorher, war das im Vorquartal schon oder war das in den Wochen davor? Das war relativ nah beieinander. Ich recherchiere mal. Hatten wir Anarchy in the Arena schon? Das ist das Erste, was ich gefragt habe. Und war das nicht, das Erste haben doch die Elite gewonnen. Ja, das ist das, das ist das, genau, das ist das, was Jack Perry gewonnen hat, gegen Danielson. Ja, richtig. Was hat jetzt auch Sinn gebracht, Sinn ergab für das Titelmatch, das Jack Perry jetzt gegen Danielson hatte, was man da so ein bisschen mitgebaut hat. Richtig. Ich gucke gerade, ob ich es irgendwie herausfinde, wo es war, aber das ist auch nicht wichtig, sind wir ganz ehrlich. Blood and Guts, ich mag keine Wargames-Matches, auch das ist, glaube ich, mittlerweile bekannt. Am Ende konnte Darby Allen halt hier sagen, ich zünde dich an, wenn du mir nicht aufgibst, wenn du mir einen Title-Shot gibst. Okay. Ist auch eine diplomatische Option, jedes Match so zu entscheiden. Okay. Ja, es ist aber immer noch ein 50-Minuten-Blood-and-Guts-Match. Und es waren die zwei Momente, einmal das, was du sagst und dann zwischendurch das Sachen mit Strickland und Adam Page, das waren die zwei Momente in dem Match, die so im Gedächtnis bleiben. Und der Rest ist für mich auch schon wieder komplett nebelig gewandt. Wenn du denn zwei Spots hast, dann ist es immer noch ganz gut. Ich erinnere an das eine, Blood and Guts, wo MJF Chris Jericho runtergeworfen hat. Oh ja. Also lieber dann doch den Flammenwerfer von Darby Allen, der dafür dann eben selbst fast angezündet worden wäre bei All-In. Ja, das stimmt. Das stimmt. So, Battle of the Bates, jetzt können wir über eine Sache sprechen. Nämlich, dass man angefangen, ja, man hat angefangen, Worlds of Honor zu gründen. Denn Dustin Rhodes hat hier den ersten Titel von Ring of Honor gewonnen, nämlich den Ring of Honor World 6-Man-Take-Team-Title mit den von Elks zusammen. Ging das an? The King, den hat man jetzt final gesagt, so reicht jetzt. Wir haben für euch eh nichts zu tun. Wir lösen das wieder auf, lassen jeden für sich laufen. Zweiterweise hatten wir jetzt mit dem Undisputed Kingdom, also gerade mit Matt Haven und mit Mike Bennett, hatten wir ja jetzt bei Collision ein Bankhaus-Brawl, was ganz nett war. Ja, das ist halt der Abschluss auch gewesen. Oder war es der Abschluss? Aber es war zumindest ein Teil dieser Residency von AW in dieser E-Sports-Arena in Arlington, Texas. Die, wie ich finde, erfolgreich war, weil gerade dadurch, dass die Shows immer wieder in derselben Halle stattgefunden haben, konnten halt so ein paar Protagonisten entwickelt werden. Hologram ist zum Beispiel einer davon. Ja. Ja, dadurch, dass er halt jede Woche zu sehen war, sicherlich ein bisschen besseres Profil erleben konnte, weil die Leute, sicherlich waren viele Leute die gleichen Leute und oh, Hologram ist wieder da. Geile Scheiße, ne? Das andere war halt, dass Dustin Rhodes so ein bisschen jetzt im Ring of Honor Kosmos relevanter geworden ist, was ich okay finde, weil Ring of Honor ist halt egal. Dann machst du halt so was, dann machst du mehr daraus, als du generell mit Ring of Honor derzeit machst. Kann man es besser machen? Ja. Wird es besser werden? Nein. Das wird auch einen TV-Deal nicht ändern. Die One Eryx sind interessant. Nicht, weil sie gut sind, sondern weil sie wieder irgendwie einen Platz gefunden haben. Ich habe die One Eryx jetzt mittlerweile bei Noah gesehen. Ich habe die One Eryx bei TNA gesehen. Ich habe bei MLW eine Zeit lang. Ja, sie sind halt jetzt vier Jahre lang waren die bei MLW. Die waren auch MLW-Tag. Ich habe bei MLW nicht aufgeguckt, deswegen. Es ist auch besser so. Ja, und jetzt sind, ich meine, sie sind ja, sind wir ehrlich, sie sind ja nur aufgrund dieser Texas Residency sind sie überhaupt wieder da reingerutscht. Ja, klar. Und da funktionieren sie ja auch gut wegen Kevin Von Erich und der ganzen Von Erich Geschichte und so. Das ist dann halt okay. Genauso wie mit Dustin Rhodes und Sammy Guevara, wenn wir das Ganze mal weiter schnell wollen. Das finde ich vollkommen okay. Ich glaube, die Leute werden ein wenig positiver eingestellt, wenn das nicht unbedingt Sammy Guevara ist, der einen relativ schweren Stand bei den AW-Fans hat aufgrund seiner Existenz als Sammy Guevara. Aber, ja, mein Gott, das ist doch alles okay. Natürlich gibt es die Kritiker, die sagen, warum muss man einen Titel 17, 18 und 19 irgendwie noch in den Shows präsentieren? Es tut doch nicht weh. Es ist doch egal. Man hat sie ja jetzt eh. Ja, natürlich hätte ich gerne drei Titel, die ganz klar definiert sind und das war's. Aber ich kriege ja auch jede Woche sechs Stunden AW. Also, auch das ist schon etwas, was ich nicht will. Und hat das noch was mit Ring of Honor zu tun? Natürlich nicht. Aber damit habe ich mich abgefunden seit fünf Jahren, dass es Ring of Honor einfach nicht mehr gibt, so wie ich es gerne hätte. Von daher ist es okay. Dustin Rhodes ist cool. Ich meine, wir wissen doch alle, dass Dustin Rhodes keine zwei Jahre mehr im Wrestling-Business ist oder bei AW ist. Der wird jetzt noch seinen Spaß haben bei AW. Der wird noch den Grundstein für die Wrestling-Schule noch weitersetzen, noch Connections knüpfen und irgendwann geht er zur WWE, damit er mit Cody noch ein Match haben kann und dann war's das. Ich meine, das ist doch die... Oder siehst du das anders? Nee, ich denke auch, dass seine Karriere bei WWE enden wird irgendwann. Ja. Und ich darf es da einfach nochmal erzählen werden. Das kann ich mir so vorstellen. Und von daher, ich finde das okay. Es ist vollkommen okay. Das ist mehr, als man mit Dustin Rhodes bisher grundsätzlich gemacht hat. Außer, dass er gegen Swap Strickland ein viel zu langes Matchwresteln durfte. Ja, aber das war wirklich keine gute Idee, das so zu machen. du hast mal keine gute Idee. Das hier ist okay. Man sieht's ja, wo sieht's man? Als erstes Match bei Collision oder bei Rampage oder so. Mein Gott, und irgendwann wird Sammy Gewahr gegen Dustin Rhodes turnen und dann haben die beide auch nochmal eine Fede. Das wird sicherlich auch blutig enden und das wird auch ein nettes Match werden. Das ist alles nett. Ist das nun das nächste Adam Page gegen Swap Strickland? Natürlich nicht. Aber wenn du sechs Stunden Content pro Woche füllen musst, dann brauchst du auch sowas. Und ich finde das vollkommen okay. war ein netter Moment hier dieser Titel gewinn. Fraglich ist, ob man AW Battle of the Belts machen muss, wenn kein AW Titel verteidigt wird. Ja. Aber, dass wir in jeder Ausgabe hier irgendwie eine Battle of the Belts Edition haben und wir uns immer darüber lustig machen, auch das ist nichts Neues. Nee, das ist halt quasi das Gimmick des Ganzen. Das ist das Gimmick, genau. Dann lass uns jetzt mal zu deiner ersten Reise kommen, nämlich zu AW All In. Ich würde die Zero Hour etwas kürzer halten, wenn das dir recht ist. Das wird dann jetzt für Hauptshow gehen. Ja, das Einzige, was wichtig war, ist, dass es da das Mixed-Tactual-Match gab, wodurch Willow Nightingale das ganze Match bei All Out zu einem Streetfight gestalten konnte. Und das ist eben das Segment mit Seraya gab, wo am Ende Jamie Hayter zurückgekommen ist und der, wie ich finde, mittlerweile sehr, sehr krass bestückten Women's Division eben wieder einen Schuss also noch zusätzlich gegeben hat und ich sehr gespannt bin, wie man das Ganze alles verarbeiten wird. Wobei ich mich die ganze Zeit frage, ob sie vergessen hat, ihr Scooby-Doo-Cosplay abzulegen, wenn ich sie so sehe, wenn sie auftritt. Das sieht irgendwie sehr stark nach einer Scooby-Doo-Figur aus, aber sieht auch irgendwie cool aus. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie, es sieht einerseits, ja. Das ist ein einzigartiger Look. Ja, total. Mein Gott, in einer Welt, wo Cosplay die Welt regiert, kann man das sicherlich auch machen. Ja, richtig. Ja, ansonsten hatten wir in der Scoo auch noch Roads of Honor und Shibata gegen Cage of Agony auf Dancefield Kingdom. Drauf geschissen. Ganz ehrlich. Und das Sexteen-Man-Tag-Team-Match, wo die, glaube ich, mit den Meerengländern gewonnen haben. Sixteen-Man-Tag-Team-Match. Das wurde angekündigt, als wir gerade dieses Restaurant verlassen haben, wo wir davor waren. Also, ja, ist nett. Ich sehe die Leute alle, ich konnte das Shibata-Theme für zehn Sekunden hören. Es ist alles okay. Kann man machen. Hätte man vielleicht eher letztes Jahr machen sollen, wo die erste All-In-Veranstaltung war. Ja, ist halt, ich finde es besser, als wenn ich zwei Stunden lang nur die Leute reden hören würde über die Matches, die wir sowieso kennen. Dann gib mir solche Matches. Es ist okay. Richtig. Ja, dann lass uns zu meinen Karl kommen. Erstmal mach mal so ein bisschen Erfahrungsbericht. Wie war es denn überhaupt in der Halle da in Wembley? Ja, ich war ja letztes Jahr schon da. Es war jetzt ganz ehrlich nicht groß anders. Wir waren besser, besser vorbereitet im Sinne von, wir haben Reservierungen gemacht für Restaurants beispielsweise. Wir wussten besser, dass wir uns vielleicht nicht an jede Schlange anstellen sollten, sondern vorbeigehen sollen, sondern um direkt in den Eingang reinzukommen. Die Stage ist anders gewesen. Das ganze Set hat sich um 90 Grad gedreht wegen Taylor Swift, weil man hat das, die hatte ja vor Abend anscheinend ein Konzert und man hat die Stage dann einfach mitgenutzt, was für ein visuell sehr imposantes Bild gesorgt hat und was dafür gesorgt hat, dass es nicht so ganz auffällt, dass es im Gegensatz zu letztem Jahr 20.000 weniger Leute waren oder 30.000 weniger Leute waren. Nichtsdestotrotz war die Stimmung insgesamt sehr gut. Ich glaube, dass es dieses Jahr auch besser über die TV-Bilder rübergekommen, weil letztes Jahr man noch ein bisschen lernen musste, wie man eine so große Halle richtig vertont. Das scheint dieses Jahr besser geklappt zu haben, zumindest als ich mir so die Entrances und Schlüsselmomente nochmal angeguckt habe, hörte es sich mächtiger an als letztes Jahr. Ich fand's gut. Mir hat's wirklich Spaß gemacht. Du hast schon recht, das wirkte auch zu Hause wirklich gut vom Klang. Das haben sie schon gut gemacht. Ich glaube, weniger Feuerwerk, aber größere Entrance-Stage eben. Ja, und ansonsten ist es halt trotzdem ein Event, wo du hinfährst und du ab einer bestimmten Reihe halt nur noch oben auf die Leinwand guckst und hoffst, dass sie auch das Bild richtig übertragen. Was sie getan haben, aber dann war's halt mehr so ein Public Viewing mit dem gelegentlichen Runtergucken auf den Ring, wo die Wrestler klein sind, als eine WXW-Veranstaltung, wo du halt maximal, ich sag mal, fünf Sitz rein und dann noch fünf Steh rein oder so hast. Ja, genau. Aber ich würde es jedes Jahr wieder machen. Nächstes Jahr ist es ja leider nicht. Nächstes Jahr ist ja Forbidden Door, was ich kritisch sehe, weil ich glaube, dass Forbidden Door in eine kleinere Halle gehen wird und wenn die Nachfrage ähnlich abnimmt und ich sag mal, okay, man kriegt garantiert 30.000 Leute nach London, ich glaube nicht, dass sie in so ein Stadion gehen, sondern eher in eine größere Halle und dann wird es, glaube ich, schwerer sein, an Karten ranzukommen. Das ist meine Befürchtung. Ja, ich bin auch gespannt. Also All-In soll ja 26 dann wieder kommen, gucken, ob sie es dann auch wieder nach Wembley bringen, ob sie die Chance nutzen, dann zu sagen, ja, wir sind ja eh schon nicht in Wembley gewesen, aber eigentlich müsste es wieder ranbringen. Das gehört eigentlich dahin. Das ist natürlich ein nettes Out, was man hat, aber auch dann wird man sich wieder nachsagen lassen müssen, dass die Liga am Sterben ist. Ja, ja, natürlich. 26 überlege ich auch mal, ob wir uns das mal antun, mal da hinfliegen. Aber ich muss sagen, ich habe All-In, Bash in Berlin, hintereinander geguckt hat die zwei Wochen und habe dann für mich entschieden, ganz klar, AW eher zu den Events als zu dem WWE-Event, weil mir das einfach mehr Spaß macht. Als jemand, der jetzt beides gesehen hat und der weiß jetzt, wie so eine WWE-Produktion live auf funktioniert, äh, ich kann niemandem empfehlen, zu einer WWE-TV-Produktion zu gehen. Auch zu einer Hausshow nicht, weil es ist halt dann auch WWE auf Sparflamme, aber was ist derzeit nicht WWE auf Sparflamme? Sorry, dass ich so extrem sage hier. Aber, ich meine, wenn AW nach England geht, dann ist es meist immer eine größere Sache mit größeren Matches auch und es ist halt auch London, das heißt, du verbringst das auch, du verknüpfst das auch, ich meine, du verknüpfst das eher mit dem richtigen Urlaub, als wenn du sagst, ich fahre nach Berlin. Yay. Das kennt man, das ist halt wie immer. Aber London ist halt was Besonderes. Das ist eine interessantere Stadt, so ein bisschen. Ja, es ist Ausland, es ist Flug oder auch nicht, aber es ist große Reise. Ja, es ist einfach ein bisschen Kulturwechsel, nicht so groß, aber nichtsdestotrotz ist es halt ein Event und ein Erlebnis, auch außerhalb der Show tatsächlich. deswegen, wenn, würde ich auch sagen, fahr zu AW und versuch da ein günstiges Ticket zu schießen. Tickets gibt es immer, es ist nicht ausverkauft, es sei denn, man macht das jetzt in kleineren Hallen, aber ja, also ich hatte viel Spaß und mehr Spaß auch als letztes Jahr. Ich fand All In dieses Jahr besser als letztes Jahr. Dieses Jahr hat man halt auch einfach mehr erzählt. Letztes Jahr war es halt so die Supershow, wo man tolle Matches draufgepackt hat, aber nicht so viel mit Story verknüpft. Und dieses Jahr hast du halt, du hast ja beim Großteil Matches hast du ja Storys drin und dass du bei so einer Show fünf Titelmatches hast oder vier Titelmatches hast, ne, fünf waren es sogar, das würdest du bei der WWE-Show jetzt in dem Maßen auch nicht unbedingt erleben. Also du hast hier mehr Chancen auch mal so Ereignisse der Geschichte zu erleben bei All In als jetzt beim Bash in Berlin zum Beispiel. Du hattest auch letztes Jahr bei All In zum Beispiel nicht so die Kracher-Matches wie dieses Jahr. MJF gegen Adam Cole ist halt auch irgendwo das Anfang vom Ende von AEW in dem Jahr gewesen. Du hattest halt den nächsten gegen Seth Strickland, also ich weiß, was ich besser fand. Ja, da bin ich sogar bei dir, weil auch wenn MJF gegen Adam Cole ja eine Story war, aber die Story hat mich auch irgendwann verloren, weil ich irgendwann so, ich fand es schon schlimm genug, da war ja auch aus die Open mit dem Spiel, als sie die quasi deklariert haben durch den Titel in der Pre-Show. Ja, das war ganz schlimm. Lass uns mal durchschauen. Blackpool, Compact Club haben wir schon drüber gesprochen. Wir haben den Titel gewonnen von der Patriarchy. Mit im Match waren auch noch House of Black und die Bang Bang Gang. Patriarchy wirkte es hier so, als hätten wir Spannungen zwischen Christian Cage und Kill Switch, was dann irgendwie auch später aufgespielt werden sollte, was aber dann wiederum doch wieder einen anderen Weg ging. Das war für mich so die schlechteste Story, die bei den Abend erzählt wurde, weil die einfach so ja, so repeat, ne? Wir fangen nochmal neu an, machen es wieder und stellen es trotzdem wieder auf den Punkt zurück. Das hat mir nicht so zugesagt, die Story zu stehen. Ja, ich finde, das ist ganz gut rübergekommen. Ich würde das, ich finde es jetzt auch nicht sonderlich spannend. Aber negativ ist es mir jetzt nicht im Kopf geblieben, einfach weil Christian ein Overachiever bei der AW ist, was auch okay ist. Also er ist ja ein Overachiever zu Recht, bringt ja gute Leistung, aber ich rechne halt damit nicht mehr. Aber du hast halt zwei andere Matches und das klare negative Highlight sind deswegen ist mir das jetzt nicht so negativ im Kopf geblieben im Gegensatz zu anderen Dingen. Ja, das stimmt. House of Black, ja, sind weiter dabei irgendwie. Da passiert ja auch nicht so viel. Boy, die King ist ja mega over, auch wieder wie immer in Europa, glaube ich, ne? Das ist so einer, den wollen sie alle. Ja, grundsätzlich, das ist halt ein cooler Kerl, ne? Ja. Aber generell brauchst du über die anderen auch über die Bang-Bang-Gang. Das ist halt alles nett und gut, aber derzeit auch nicht zielführend und ja jetzt auch wieder relativ irrelevant in den Shows. Hm. Ne. Ja, Mariah May, Toni Storm haben wir drüber gesprochen, über das Match, über diese ganze Fede. War ein gutes Match, hat mir richtig Spaß gemacht. Ich mochte die Erzählung, ich mochte auch hier sogar mal den Spot, wie Mariah May quasi zu ihrer Wunde kam. Wenn es ein selbstgemachter Cut war, war er gut gemacht. Ansonsten ist sie blöd aufgekommen. Aber das mit dem Storm Zero auf die Treppe zu machen, das war für mich was, wo ich das nachvollziehen kann, dass sie dann so blutet. Durchaus. Durchaus. Und auch das Finish, sehr gut gefallen. Loose hatte auch mal seinen Spot, wenn es auch nur ein kleiner war. Und dass Mariah May dann Toni Storm mit ihrem eigenen Finisher besiegt oder zum Teil mit ihrem eigenen Finisher besiegt, ist ja auch nochmal ein bisschen was Beschreibendes. Für viele eines der Highlights dieser Show auf jeden Fall. Für mich auch. Das war mein zweitliebstes Match im Abend. Weil das ist aber da wegen der Story halt sehr stark. Okay. Da habe ich mal die Story vor das Wrestling gesetzt, weil eigentlich hätte ich vom Wrestling ja ein anderes Ding gesetzt. So, das nächste Match war noch garantiert eines deiner Highlights. FD-Dawir-Title-Match. Darüber müssen wir gar kein Wort mehr verlieren. Chris Chalko und Hook. Ich habe so gehofft, ich fand die Stipulation so gut, hätte Hook doch einfach verloren und hätte nie wieder gegen Chris Chalko antreten dürfen. Das war auch mein Tipp irgendwo, aber nee. Nee. Und wieder dieser Title. Aber Tess durfte mal auftreten und in seinem viel zu engen Sakko versuchen, seinen Finisher anzusetzen. Ist doch schön. Hat ja einigermaßen geklappt. Ja. Dann hatten wir das Tag Team World Title Match zwischen den Young Bucks FTA und Sea Acclaimed. Kein Turn von Sea Acclaimed, aber ein richtig launiges Match. Ja, ich fand's auch gut. Und das Problem ist halt wirklich, dass null Feuer hinter der AW Tag Team Division ist. Was auch daran liegt, dass es halt diese komische Storyline rund um die Young Bucks gibt, die ja jetzt so den Macker haben raushängen lassen. Also den CEO Macker und sie haben jetzt einiges zu sagen. Die Storyline ist jetzt noch nicht aufgelöst. Ich weiß noch nicht, ob man's macht und wie man's machen will, wenn man's dann machen will oder ob man das droppt. Weil ich auch nicht weiß, was so ein Blackpool-Comic-Club derzeit vorhat, die ja auch gesagt haben, we're taking over so ein bisschen. Ich glaube, das Match kommt ein bisschen schlechter weg, als es tatsächlich war, weil die Leute halt alle drei Teams so ein bisschen in dieser Kombination überdrüssig sind. FTA gegen Young Bucks ist halt auch ein Match gesehen, was wir auch schon mehrere Male gesehen haben. Letztes Jahr ist so bei All-In zum Beispiel. Die Acclaimed sind weit davon entfernt, auf der Höhephase ihrer Popularität zu sein. Ich denke mal, dann ist das Spannendste tatsächlich noch, dass am Ende dann die Grizzled Young Veterans rauskamen und jetzt Teil der AEW Tag Team Division sind, was der Tag Team Division nur gut tun kann. Ich hoffe und denke, normalerweise, wenn man an AEW so große Kritik an einem ganz klaren Teil übt, dann arbeiten sie zumindest dran. Ich glaube auch, dass wir, und das ist krass zu sagen, dass die Tag Team Division mit den Young Bucks halt derzeit auf der Tiefpunkt ihrer Popularität ist. Die Prioritätssetzung ist da einfach in meinen Augen falsch. Das wird sich ändern. Ich finde es ein bisschen schade, dass man anscheinend es nicht geschafft hat, die Moto City Machine Guns zu verpflichten, die anscheinend zu NXT gehen. Das ist, wow, ja, ich möchte nicht weiter gegen WWE schießen, aber Perlen vor die Säue und so. Ja, du hast doch, das hast du doch gerade, das ist doch eh so, ein bisschen dein Problem. Stephanie Wacke haben wir drüber gesprochen, wo Perlen vor die Säue sind, die ja unbedingt ihre ganzen Bookings absagen musste, obwohl sie jetzt in der Zeit nicht einmal irgendwo aufgetreten ist, wo sie die Bookings gesagt hätte. Ja, das ist wirklich traurig. Ja, aber bei Frauen kann ich es zumindest noch verstehen. Ich meine, es gibt ja richtig, so schlecht ich doch derzeit die Women's Divisions von WWE finde, sind sie ja trotzdem präsent. Die Tag Team Division? Wow. Und dann auch noch eines der wichtigsten Tag Teams der letzten 20 Jahre? In dem vermutlich letzten Run? Die beiden haben sie doch wahrscheinlich auch nur gesagt, wir gehen dahin, wo wir für uns nochmal das Beste rausholen können, oder? Weil die gehen da nicht hin, weil sie da das beste Wrestling haben. Jawohl, die Frage ist, ist dann, es ist für die beiden notwendig, noch ihr bestes Wrestling zu präsentieren, weil sie wissen halt, dass sie es immer noch rausreißen können. Gerade ein Alex Shelley, der ja gerade im letzten Jahr so ein bisschen mehr auf die Singles-Schiene gegangen ist, im Independent-Bereich auch und ja auch bei TNA. Gleichzeitig ist die Frage halt, wenn du jetzt quasi anstatt der Grizzled Young Veterans, wenn das jetzt die Modus in den Machine ganz gewesen wären, bist du in einem Spot, wo du auch nicht wirklich populär bist und bei NXT kannst du es zumindest erreichen. Ich weiß nicht, was deren Ambitionen sind, auch nochmal irgendwie was bei der WWE auf der größtmöglichen Bühne zu erreichen. ich weiß nur, dass das für mich dann ein weiteres Team ist, was ich halt nicht regelmäßig sehen werde. Das stimmt, ja. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte auch mir gewünscht, dass sie zur AEW kommen, aber die werden ihre Gründe haben, warum sie sich so entscheiden. Und wenn sie Geld kriegen, gut für sie. Ja, die beiden haben so super Arbeit geleistet über die ganzen Jahre, wenn die sich jetzt nochmal ein bisschen für ihre Altersruhestand dann noch ein bisschen Geld zur Seite reiben können. Das ist vollkommen legitim. Get that bread. Ja. Welches Match nochmal mehr Spaß gemacht hat als das Take-The-Match war dann das AEW World Title, Lomboran Contender, Casino-Groundlet-Match. Denn da gab es ein paar schöne Überraschungen, die richtig Spaß gemacht haben. Unter anderem Nigel McGuinness wurde übergesprochen. Auch und Jeff Jarrett fand ich wieder schön da zu sehen, würde ich sagen. Dann die Überraschung mit Lucha, Soul, das Kill-Switch, was dann am Ende wieder hinfällig war. Ja gut. Zack Sabre da zu sehen, den Gewinner von G1, wie er auch angekündigt wurde, weil ich es sehr gut fand. Also das Match hat Laune gemacht. Ich finde auch mit dieser Variante des Casino-Groundlet-Matches haben sie jetzt mal wieder eine schöne Version geschaffen, die man nicht überall hat und die auch irgendwie Spaß macht. Du hast Ricochet noch gar nicht erwähnt. Ja, stimmt. Ricochet habe ich schon wieder vergessen. Der ist auch noch debütiertes hier in diesem Match. Ja, damit hat natürlich AEW so ein bisschen eine Goldader getroffen mit diesem Gauntlet-Match. Man sieht es ja auch, sie haben es jetzt auch viermal, glaube ich, gemacht oder dreimal in relativ kurzer Zeit, jetzt auch mit Tag-Teams. Ja, gerade auf so großer Bühne, wo du wirklich denkst, okay, hier packt man krasse Sachen aus und Nigel McInnes war wieder da. Okada am Anfang mit dann Zack Sabre Jr., Ricochet, Adam Page da noch mit drin. Das war, live war das natürlich ein Erlebnis, dass da Leute rauskamen und dein Hirn ist explodiert. Ja, also es ist natürlich spannend, das Match kann theoretisch unendlich lang gehen, bis dann der Pitfall kommt. Das ist ja quasi jegliche Kritik des Royal Rumbles ausgeräumt, plus die Entrances mit drinnen quasi. Also, ja, das ist tatsächlich eine sehr schöne Modifikation von, das ist jetzt nichts Neues, aber das ist irgendwie eine Modifikation von bestehenden Matcharten, die viele positive Elemente miteinander verbindet. Also, Hut ab, gut gemacht. Das Match selbst, 25 Minuten, ich glaube, krasse Überraschungen halt drin, gerade mit Nigel und Ricochet, obwohl, glaube ich, jeder hat damit gerechnet, dass Ricochet hier rauskommt. Ja, das war wieder so eine vorhergesagte Überraschung. Ja, total, aber ist okay, ey, man hat ihn und man setzt ihn ja auch dementsprechend jetzt ein, dass er schon coole Matches hat. Ich muss sagen, in meinem Moment war ja Nigel und Zack Sabre, das war ja so im Moment Ja, British Wrestling Chance, als du dann auch durch Wembley ertürnt. Klar, gut, die Frage ist, kann man sich mit British Wrestling brüsten, wenn es der eine Wrestler ist, der seit 13 Jahren noch länger nicht mehr wrestelt und der andere halt eigentlich ein japanischer Wrestler ist, verkleidet als Englischer. Ja, trotzdem geil, trotzdem super, auch dann als Okada ein Stand-Off mit einigen Leuten hatte, als O'Reilly und Nigel McInnes sich weggewemst haben, Adam Page, der dann wie ein Berserker zum Ring gestrotzt ist, der ja eigentlich so der Top-Favorit neben Ricochet vielleicht gewesen ist, aufgrund einfach der Tatsache, dass er gegen Suave Sticton antreten will. Ja, und dann ist auch wieder Christian Cage die alte Sau da und gewinnt das Ding und ist halt smart, passt halt auch überall rein, du hast niemanden, der irgendwie derzeit vielleicht den Titel gewinnen sollte oder hätte gewinnen sollen oder große Ansprüche hat, sondern du hast halt wieder jemanden, der irgendwann so eine hinterlistige Titelverteidigung irgendwo einbaut, weil man ja gesagt hat, dass dieser World-Title-Shot auch so ein bisschen Money-in-the-Bank-Status hat, was ich persönlich scheiße finde, weil das brauchst du nicht bei AW, aber wenn du jemanden hast, ist Christian Cage sicherlich aufgrund seines Gimmicks und seine Entourage und was du nicht alles hast, ist er, glaube ich, der smarteste Pick von allen. Hätte ich es gebraucht? Nein. Ich hätte lieber einen richtigen... Ich hätte Adam Page auch nicht gerne mit dem World-Title-Shot gesehen und ich bin froh, dass es Ricochet nicht geworden ist, weil er sich jetzt halt in Richtung Will Ospreay prügelt, was ich auch vollkommen okay finde. Deswegen ist Christian Cage schon vollkommen okay. Der Sieger ist nicht wichtig. Der Sieger ist nicht wichtig. Dieses Match bestand aus den einzigartigen Aufeinandertreffen von vielen Überraschungen und einfach geilen Wrestlern und ich meine, guck dir mal diese Qualität an mit Strong und O'Reilly und Ricochet und Okada und Zack Sabre Jr. mit Guinness. Also das ist schon eines der bestbesetzten, pure Wrestling bestbesetzten Rumble-Style-Matches, die du so haben kannst. Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. So, ich muss mal ganz kurz vorwenden. Mal kurz eine kleine Pause, Florian. Wir machen gerne eine Pause. Gar kein Problem. Das stimmt. Ich hole wed ande charge go. 's Okay, Okay, � Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube nicht, der ist halt vielleicht in der Zero Hour irgendwo, oder? Ich glaube nicht. Also reden wir dann zwischendurch einfach nochmal drüber. Können wir aber bei OK dann wieder mal hin. Gut. Ja, dann haben wir damit einmal das Gondelbisch abgehaken. Jetzt kommen wir natürlich zum AEW American International British European Title, wie auch immer er heißt. Woher heißt er jetzt wieder International Title? Will Ospreay holt sich den Titel von MJF zurück. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Eine relativ kurze Story, die da aufgebaut wurde in kürzester Zeit. Aber die beiden haben das gut gemacht. MJF hat wieder bewiesen, dass er mehr ist als ein Großmaul. Denn auch im Ring kann er ein bisschen was zeigen. War, ist ja auch dann mehr als einfach nur eine Story zwischen den beiden. Daniel Garcia spielte dann ja noch eine Rolle am Ende des Matches und auch im Laufe der Fäde. Weil ja beide so ein bisschen um ihn gebuhlt haben auch. Also da hat man eine ganze Menge rausgeholt. MJF war dann auch noch bei Ref Pro Art den Titel da gegen Michael Oku verteidigt. Da also auch noch ein bisschen mit rausgeholt. Und das Match war halt ziemlich gut. Also für Kurzzeitfäden ist das sicherlich fast schon das Maximale, was man bei sowas rausholen kann. Und dann eben noch mit dem Sieg des Hometown Heroes, der dann auch noch den alten Titel wieder zurückholt. Also für eine Kurzzeitstory war das fantastisch. Und welche Implikationen das halt für beide Wrestler dann zusätzlich noch haben wird, ist halt auch sehr, sehr stark, sag ich einfach mal so. Weil da hat man wirklich eine ganze Menge erzählerisch rausgeholt, was Kurz- und Langzeiteffekte haben wird. Ja, MJF ist ja jetzt, der hatte noch die, wie du hast schon gesagt, Danny Garcia hat am Ende ein bisschen schützend eingegriffen, weil er halt nicht wollte, dass MJF wieder auf seine Art gewinnt. Und die hatten schon ihre kleine Fäde jetzt. Und MJF ist jetzt quasi erstmal rausgeschrieben, weil der wohl wieder in eine kleine Pause geht, wie es gerade aussieht. Genau. Hatten ja das Match dann bei All Out, was MJF mit dem Einroller gewonnen hat. Aber Danny Garcia hat dann seine Come-Uppens direkt danach bekommen, ihn ausgeschaltet, so wie es MJF ja auch mit Daniel Garcia getan hat. Und ja, um MJF eben auszuschalten. Gleichzeitig weiß man noch nicht, wie es mit Daniel Garcia weitergeht aufgrund Vertragsmauscheleien, beziehungsweise man noch nicht weiß, ob er unterschreibt oder nicht. Ich kann nur sagen, Daniel Garcia sollte nicht bei NXT unterschreiben, weil der Charakter, also er funktioniert da nicht. Er ist viel zu, ich sag mal, unspektakulär in den High-Spots, als dass er bei NXT irgendwie sich so entwickeln könnte, um mal einen Spot bei WWE zu erreichen. Also jetzt auf den Stand, auf den ich mich jetzt berufen kann. Das ist ein Wrestler, der ist wie gemacht für AEW. Ja. Und ich hoffe, das weiß er auch. Und ich glaube, monetär sollte nicht das Problem sein, wenn man so die Gerüchte, wenn er in der Gerüchteküche glauben mag. Und auch gerade mit der Verkündung des neuen TV-Deals am Horizont ist es sicherlich gerade eine gute Zeit, ein Wrestler bei AEW zu sein, dessen Vertrag ausläuft. Ähm, deswegen hoffe ich, dass Garcia weiter unterschreiben wird. MJF ist raus, das ist gut. Er ist zwar noch nicht lange wieder mit dabei gewesen, aber hat ja dann doch einige Schlüsselmatches und Spots. Ähm, und ja, ich bin auch ganz froh, dass er wieder raus ist, weil ich mit MJF immer noch diese negative Zeit am Ende des letzten Jahres verbinde. Und so, als Heelweer hier eingesetzt worden ist, ist das auch wesentlich besser als dieses Pseudo-Babyface, was er dann das letzte Jahr gespielt hat. Von daher, ich bin mit MJF gegen Will Ospreay und allem was rundherum, da bin ich sehr, sehr zufrieden. MJF ist halt wirklich geborener hier, genau wie Swerfer der geborene Killer ist und nicht dieser Babyface. Das ist einfach so. Und ja, ich bin gespannt. Mich hat es auch gewundert, dass er so schnell wieder raus ist. Aber der hat ja wohl auch wieder, ich glaube, es sind auch Filmthemen wieder, dass er deswegen raus ist, dass er da wieder irgendwas hatte. Ich glaube, die sarkastische Sache, die so gesagt wird, es wird eine Fortsetzung des Von Erich-Films gedreht, was, ja gut, nicht so ganz geht, aber ja, es scheint ein Film zu sein. Musst du nur Blumhouse geben, die drehen aus allen Filmen, die finden auch da eine Fortsetzung irgendwie, drehen die auch noch zusammen. Ja, dann natürlich der nächstes Highlight des Abends, Mercedes Von E gegen Britt Baker, DMD. Also dieses Match hat, glaube ich, am deutlichsten gezeigt, was passiert, wenn man eine Wrestlerin viel zu früh wieder in viel zu großen Matches steckt, die lange nicht da war und was passiert, wenn man zwei Wrestler zusammensteckt, die keine Chemie miteinander haben, oder? Das, und dann hast du ja noch mit Britt Baker diese Geschichte, dass sie suspendiert wurde, aufgrund von Dingen, über die wir hier nicht näher reden müssen, weil wir nicht wissen, was passiert ist. Niemand hat Bock auf Britt Baker, auch aufgrund der Overexposure so in den letzten Jahren, weil eben auch die Women's Division komplett anders ist als wie die, wo Britt Baker ihre Hochzeit hatte. Corona ist vorbei, du hast viel mehr großartige Damen jetzt im Roster, die diese Spots auch allrounder, allroundmäßig füllen können. Und gerade eine Mercedes Money ist jetzt mal schnippisch gesagt, wenn du, ohne jetzt die beiden direkt miteinander vergleichen zu wollen, aber wenn du nun mal auf ihre Stats gucken würdest, ne, wrestlerische Qualität am Mikrofon und Charisma, da ist halt Mercedes Money in fast allen Belangen besser als eine Britt Baker und dann siehst du halt dieses Match auch aufgrund der fehlenden Zuschauerreaktion auseinanderbrechen. Und ich eigentlich, dass Mercedes nicht so in die Tasche schieben kann, weil ich so viele gute Matches von ihr in dieser Zeit auch gesehen habe. Britt Baker, die dann vielleicht auch zu früh wieder gekommen ist und nicht den Anschluss gefunden hat, also ich meine, nicht umsonst hat man sie seitdem nicht gesehen und wurde jetzt erst wieder für einen, ein nächstes Match von Serena Dieb herausgefordert. Also, ich glaube, Britt Baker hat eher einen Tapetenwechsel nötig und damit meine ich raus aus AEW, nicht weil ich sie nicht unbedingt sehen will, aber weil ich glaube, dass einfach ein wenig neue Farbe ihr gut tun kann. Das kann ja auch bedeuten, dass sie einfach mal international ein bisschen unterwegs ist, das hat ja vielen geholfen, aber du darfst sie nicht in diesem, AEW-Suite jetzt mit rumkochen lassen, so wie man es beispielsweise mit Serena sehr, sehr lange getan hat, die ich übrigens auch bei AEW dann auch nicht mehr sehen möchte, weil sie einfach durch ist und mal rein wirtschaftlich betrachtet, ist eine Serena beispielsweise, glaube ich, sehr, sehr teuer und liegt sehr, sehr schwer auf der Gehaltsliste, wenn sie so wenig Nutzen letztendlich für das Produkt hat. Die fährt auch schnell durch, oder? Ja, ja. Ich meine, man kann die These stellen, ob es von Anfang an vielleicht schon zu spät gewesen ist, aufgrund der Tatsache, ich meine, dass sie eine der Pionierinnen des Women's Wrestling Booms in den 2000er Jahren war, das können wir ja, das dürfen wir nicht unter den Tisch kehren, ist vielleicht da zu früh bei der WWE aufgetaucht, aber vielleicht ist sie auch mit AJ Lee beispielsweise notwendig gewesen, um diesen Stein ins Rollen zu bringen, hat sich dann aber ja böse verletzt, war dann ewig nicht zu sehen und ist dann zu AEW gekommen, um wieder ein bisschen zu wrestlen und das ist halt eher schlecht als recht. Und ich möchte hier nicht... Ich glaube aber auch, die Serena, die damals begonnen hat, oder die Paige damals begonnen hat, das ist nicht mehr die gleiche Frau, die heute bei AEW antritt. Da ist einfach zu viel, glaube ich, passiert einfach mal körperlich und, glaube ich, auch, die hat, glaube ich, auch menschlich so viel durchgemacht, was sie, glaube ich, auch mit geschallt hat. Also nicht, dass sie sich selbst geschallt hat, vielleicht durch manche Entscheidungen, weil das Leute hier so sehr geschallt haben, dass hier das auch wirklich, ja, in ihr hängen geblieben ist, sagen wir es mal so. Die Frage ist auch, wenn man jetzt mal mit 2024 Augen guckt, wie passt selbst eine Paige-Saraya auf dem Höhepunkt ihres Schaffens in diese Welt rein, weil sie nun mal in eine Welt gekommen ist, wo das Women's Wrestling noch nicht so prominent war, wie es jetzt ist? Du, es gibt garantiert auch gute Gründe, warum AJ Lee sagt, sie möchte nicht zurückkommen. Vielleicht sieht sie genau das, dass sie genau weiß, in der heutigen Zeit wäre es nicht so einfach für sie wie damals. Vielleicht ist sie so geschickt. Kann natürlich auch sein. Wäre es smart. Ich meine, sie ist ja auch nicht weg vom Wrestling-Business. Sie macht ja ihre Wow-Kram, macht sie ja. Aber so wie, unabhängig davon, was die Leute könnten, so wie Seraya derzeit eingesetzt wird, so ist das absolut nicht wirkungsvoll. Und um die Kurve wieder zurückzuschlagen, ich habe Angst, dass das mit einer Britt Baker, die nun mal ein AEW-Urgestein ist, dass das da in eine ähnliche Kerbe schlagen kann, weil, man sieht es ja auch mit Chris Jericho, wenn man zu lang irgendwie versucht, irgendwie noch weiter, irgendeine Welle weiter zu reiten, dann ist irgendwann das Momentum einfach weg. Und das ist bei Britt Baker einfach nicht gegeben. Und dadurch, dass sie so lange schon weg war, kann ich auch nicht sagen, hey, lass sie doch noch mal eine Pause machen, wenn sie wiederkommt, dann wird das vielleicht besser sein. Weil sie sich immer noch dann so viel weiterentwickeln könnte in der Women's Division, dass die Leute einfach sich überholen. Und da müssen sie nicht mehr besser sein als Britt Baker. Aber sie wirkt halt wie ein Fremdkörper. Und das hast du in diesem Match ja gesehen. Ja, leider. Und du hast ja so viele Kooperationen. Du könntest ja auch sagen, probiere dich doch mal bei unseren Partnern aus. Geh doch mal nach Mexiko. Geh doch mal nach Mexiko. Geh doch mal nach Mexiko. Gut, nach Mexiko. Du siehst jetzt, wie schlecht CMLLs Women's Division ist ohne Stephanie Vaker. Aber geh nach Stardom. Ist nicht jeder Mann's Sache oder jeder Frau's Sache. Sicherlich. Aber das kann ihr, glaube ich, nur weiterhelfen. Denk ich mal. Oder geh nach England, geh nach Riff Pro und mach da ein bisschen was mit. Dass du halt ein bisschen mehr kennenlernst und vielleicht merkst, was dir fehlt. Vielleicht sagt sie auch selbst irgendwas hier. Und es ist natürlich auch, im Moment kommen ja wieder diese Gerüchte auf. Es wird ja gesagt, ja, Britt Baker, schwieriger Mensch. Dann wird wieder Gerüchte. Ja, Britt Baker, Adam Cole, das scheint wohl auch nicht mehr so richtig zu laufen. Gerade wird ja wieder so viel geredet. Und ich hasse das ja, diese ganzen Gossip-Quatsche dahinter. Deswegen brauchen wir das, glaube ich, ja auch nicht thematisieren. Ich habe es in meinen anderen Podcasts auch nicht getan, weil das hat erstens nichts zu tun mit dem, was uns präsentiert wird. Weil auch wenn diese Gerüchte nicht da wären, wäre dieses Match einfach nicht positiv aufgenommen worden. Und ich glaube einfach, bei ihr ist es notwendig, mal ihr Portfolio wieder ein bisschen zu erweitern, so wie sie es halt 2016 bis 2018 getan hat, wo sie durchgebrochen ist in der Wrestling-Szene. Die Frage ist, ist das noch notwendig oder ist sie zufrieden mit dem, was sie hat? Muss sie selbst wissen. Aber als Charakter dieser AEW, dieses AEW-Contents, ist sie derzeit absolut fehlgecastet. Und dafür war sie im, ich sag mal so, im zweitwichtigsten, also im Co-Main-Event, weil das, was danach gekommen ist, war ja mehr oder weniger ein Angle insgesamt. Ja, genau. Und da haben wir dann zwei Charaktere, die sehr gut in der AEW gerade da stehen, den Jack Perry, Darby Allen, die natürlich auch zu den Säulen gehören von AEW. Und die halt hier einen Kopf in Menschen gelegt haben, was für mich überraschend schnell und überraschend deutlich für Jack Perry ausging, was aber wiederum auch für seinen Stand, für das, was danach kam, wiederum gut war. Aber es hat mich überrascht, wie schnell und wie deutlich das war. Ja, da ging wohl das ein oder andere Match ein bisschen zu lang und deswegen musste man das ja kürzen. Und tatsächlich, finde ich, hat es diesen Match gut getan, weil irgendwann willst du auch den Main-Event einfach nur noch sehen. Und warum willst du dieses Coffin-Match noch in die Länge ziehen? Dann hat man zehn Minuten Banger, man prügelt sich durch die Halle, Darby Allen wird verbunden, in den Coffin gepackt, weil wir ihn anzünden und es den kommt raus. Man hat dann noch alles erlebt, was die Leute sehen wollen. Jack Perry hat es mehr geholfen, als wenn es ein 20 Minuten kompetitives Coffin-Match wäre, wo man immer noch sagen muss, das ist ein Coffin-Match. Wie gut kann das tatsächlich sein? Und da sind diese zehn Minuten optimal, damit die Leute entweder runterkommen von dem vorherigen Match oder wieder reinkommen. Kannst du sehen, wie du willst. Seek and Destroy, Sting, Happy End, fertig, passt. Ich sag noch so, warum sollte Sting da sein? Und dann fing dieses Match und ich dachte mir so, ja, okay, klar, darum sollte Sting da sein. Und man hat das natürlich sehr, sehr geforeshadowed mit den ganzen, oh, wir zünden ihn jetzt an und oh, wir zünden ihn jetzt wirklich an. Ja, und dass er dann mit Seek and Destroy rauskommt, das ist schön, das freut mich, weil das ist nochmal Classics-Ting und ich meine, der kam auch direkt raus und man hat halt auch wirklich das Ding so schnell wie möglich, aber so lang wie notwendig, eben noch gezeigt, damit man noch einen viel guten Moment hatte. Fand ich gut. Aber das ist doch der richtige Wix-Ting einzusetzen, jetzt nachdem er seine Aktivität hat, ist auch super. Ja, Main Event, wenn man das machen kann, dann ist das so richtig. Ja, Main Event haben wir darüber gesprochen, Brian Daniels for Strictland. Tolles Match. Wenn ihr nur ein Match sehen wollt, guckt das dreimal. Ja, aber Wrestling weltweit, also wenn ihr nur ein einziges Wrestling-Match jeweils gucken wollt, dann guckt das und das war's. Also fantastisch. Fantastisch. Richtig klasse. Also die alle beiden, also auch Swerve, wie der sich entwickelt hat, und wenn ich zurückdenke hier an die WWE, das war noch NXT-Zeit, ne, mit Hidrow, glaub ich. Ja, beides. Er ist dann, ist er mit Hidrow noch hochgekommen? Ich weiß das gar nicht mehr. Aber lang war's nicht auf jeden Fall und hat zumindest, er hat den Absprung geschafft und ich glaube, die WWE ist auch recht sauer, was für einen formidablen Wrestler, Performer, Entertainer, Multimedialen, Wrestler mit schwarzer Hautfarbe, was auch nochmal etwas ist, was bei der WWE ja gerade mit Diversität immer großgeschrieben wird. Da hat AEW absolut richtig seinen Einsatz auf Sir Strickland im ersten halben Jahr des Jahres eben hier gelegt. Und das zahlt sich jetzt aus und das wird sich auch noch in den folgenden Monaten und Jahren auszahlen. Auch für Sir Strickland, der ja anscheinend einen sehr, sehr lukrativen Vertrag unterzeichnet hat. War das nicht der Vertrag, wo man hörte aus WWE-Quellen, die waren nicht bereit, so viel zu bezahlen. Ich glaube, wenn diese, wenn diese, naja, sie kritisieren ist, dass man mit diesem Vertrag ein, ein, ein Gefälle geschaffen hat, was nicht gut ist. Für die WWE wahrscheinlich nicht, aber für die Wrestler. Und, äh. Uns geht's um die Wrestler, nicht um die WWE. Wenn's den Wrestlern damit gut geht, ist alles richtig. Ich als Gewerkschafter finde solche Aussagen immer ganz toll, wenn man dann genau was Richtiges getan hat. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann waren's, äh, zwei Wochen und dann kam der nächste Event direkt, ne? Es ging ja Schlag auf Schlag hier. Ja. All out. Wieder wie letztes Jahr so ein bisschen die Überlegung, ist die Position gewährleistet oder nicht? Äh, man hat jetzt eine Woche mehr gehabt als letztes Jahr und trotzdem gibt es genügend Gründe, vielleicht sagen zu können, dass dieser Pay-Per-View besser war als all in, wenn man auf, ne, wenn, wenn irgendwie, sagte man ja, wenn all in so die, die Party war, war all out so der, der, das Gritty Reboot oder, ne, weil da halt andere Dinge passiert sind, die, ja, ich glaube, jeder unterschiedlich gut oder schlecht findet, aber, ja, wir werden's ja gleich sehen, wie wir zu einigen Engels stehen. für mich ist immer, wirkt es mittlerweile so, all in ist quasi so Ende der Staffel und dann all out starten wir dann die neue. So ein bisschen die. Richtig, hat man gut gemacht auf jeden Fall, ja. Ja, ähm, ganz ehrlich, Zero Hour schenken wir uns, oder? Ja, nee, nee, da brauchen wir nicht mal auf die Matches eingehen, das war irrelevant, nee, komm, weiter. Einzig Acclaimed haben's geschafft vom Titelmatch bei all in, die Zero Hour ins erste Match von all out. Ja, wir haben drüber gesprochen, MJF, Danny Garcia haben wir eben drüber gesprochen, war der Opener. Ja. Ordentliches Match, hat Spaß gemacht. Ja. Äh, Young Bucks, Blackpool Comic Club, ordentliches Match, hat Spaß gemacht. Brauchen wir auch nicht weiter auf ein, ein gutes Match. Ja. Will Ospreay Pack, war mehr als gut. Äh, war so ein Selbstläufer, wenn man diese beiden Wrestler so sieht, ne, und ich bin froh, dass Pack es beweisen durfte, Will Ospreay beweist es in fast jedem Match, das er hat, war ein fantastisches Match, und, äh, gerade für Will Ospreay immer wieder, immer, immer wieder, ja, ich hab halt mal wieder so ein Sechs-Sterne-Match, um das mal, sozusagen, oder ein Cage-Match, 9,28 Punkte, also, hau raus, krieg da hin, ein weiteres Match fürs Resümee in diesem Jahr. Ja. Will Ospreay ist, für AEW, glaub ich, der größte Gewinn, den sie von New Japan geholt haben, würd ich aktuell sagen, auch wenn Okada einfach noch nicht so starten durfte, wie er vielleicht kann, weil da, ich denke mal, dass da auch Omega so ein bisschen fehlt, aber ich find, Ospreay ist bis jetzt derjenige, der am stärksten eingeschlagen ist, von denen, die von da gekommen sind. Ich sag mal so, ich sag mal so, mit dem Sternchen, wenn du bedenkst, dass sie ja Kenny Omega und die Young Bucks und Corey Rhodes alle weggeeist haben. von der letzten Runde, ne? Okay, ja, ohne Frage, ohne Frage, aber das war auch von Anfang an klar, weil sie ihn ja schon in prominente Spots gesetzt haben, bevor er überhaupt einen Vertrag unterzeichnet hat, letztes Jahr All-In gegen Jericho beispielsweise. Ja, also das, das war ein Selbstläufer, ich bin froh, dass Will Ospreay frei drehen darf und einfach nur geile Matches bekommt und er halt beweist in meinen Augen, dass er, jetzt mal von meinem Brian Danielson-Bias auch abgesehen, er einfach der beste Wrestler auf dem Planeten ist. Ja, ich warte auch immer noch auf das große Match zwischen den beiden noch einmal um den Titel, würde ich ja gerne noch sehen, mal gucken, ob wir das noch kriegen. Hm, weiß es nicht, aber möglich ist es. Ja, eigentlich wäre das ja das für All-In-Nix, aber ich glaube nicht, dass Danielson so lange einen Titel hält, da glaube ich nicht mehr dran. Vielleicht ist ja Will Ospreay zu dem Zeitpunkt Champion. Ja, könnte auch sein, dass er da nochmal zurückkommt, ne? Stimmt. Ja. Ja, dann kam natürlich, ich habe ja gesagt, die Fäde bei den Frauen, die mir am besten gefällt, Chris Thetlander, Willow Nightingale, Streetfight, ich muss es auch nicht unbedingt haben, aber ich finde, Willow Nightingale sieht auch immer aus nach Streetfight, wenn ihr einen Streetfight macht. Also die haben nicht so den Auftritt und die beiden haben es trotzdem gut gemacht. Ich brauche das nicht, ich brauche keine, was hatten sie auch, Lighttubes, glaube ich, glaube ich dabei. Lighttubes, jawohl. Brauche ich nicht, finde ich ganz furchtbar, aber die haben es gut erzählt, die haben generell, die Story ist super gelaufen, da kann man gar nichts schlecht zu sagen. Ich bin kein Fan von Plunder Brawls, wie gesagt, aber das ist in der Kompaktheit ein sehr, also das AW, diese, gerade in der Women's Division, diese Plunder Matches und diese, 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 diese Hardcore Matches wirklich drauf hat, das ist ja nicht das erste Mal, dass sie das zeigen und dass es hier für Chris Stadländer und Willow Nightingale eine fantastische Stipulation war, das hat absolut gepasst und das haben die beiden auch präsentiert, deswegen auch ein Highlight dieser Show. Für viele auch, vielleicht sogar das beste Match des Abends und ich kann es nachvollziehen, ich teile es zwar nicht, aber wenn du mir sagst, das ist da, wo du am meisten gefühlt hast, dann, ey, warum nicht? Sagen wir mal, ich habe da, im Verhältnis zu zwei anderen Engels, habe ich da deutlich weniger Schmerzen gespürt. Ich habe da noch zwei Engels oder zwei Situationen in anderen Matches, die mir mehr Wege zahlen haben. Einmal vom Ekelfaktor und einmal vom Muss-das-sein-Faktor, sagen wir es mal so. Gut, ich sage gut, aber da kommen wir gleich zu. Aber, das war nicht im nächsten Match, nämlich im Continental-Title-Four-Way, wo wir Okada haben. Genau, da ist Takesh da. Da ist er. Ja. Ich habe gesagt, wir müssen über Takesh da noch reden, ja, weil Takesh da ja den Sterner mit Okada hat, irgendwie wollen alle Okada und Takesh da sehen. Die Frage ist, ob AEW das auch plant. Ja, also, so offensichtlich, wie sie es machen, ist das geplant, ohne Wenn und Aber. Aber für mich gehört das ans Ende des Jahres ins Finale des Continental Classic eigentlich. Ähm, vielleicht gehört es davor schon, damit du dann im Finale des Continental Classics den Sieg von Takesh da siehst. Ah, das meinst du, ja, dass die schon mal so ein Match vorher kriegen, ja. Mhm. Also, ich denke, das wird bei WrestleDream stattfinden, auch wenn man sagt, hier, man sagt ja immer noch, das ist die Antonio Inoki Huldigungsshow und wer passt da besser rein als Takesh da und Okada dann. Ja. Aber ist natürlich ein Wunschtraum, weil Takesh da hat halt AW-mäßig nichts erreicht. Er war im G1 Climax, war der beste Wrestler da drin, ohne Wenn und Aber, war er derjenige, der die konstanteste, am höchsten konstanteste Leistung gebracht hat. Aber davon hat ja AW nichts mitgenommen. Dass er trotzdem seitdem fast alles gewonnen hat, bis auf dieses eine Match eben, muss man aber auch festhalten. Und dieses sehr, sehr offene Getease von Okada gegen Takesh da, das macht AW nicht, um uns, um uns für blöd zu verkaufen, sondern weil man das plant. Wann? Werden wir es sehen. Aber, selbst wenn du sagst, Continental Classic, das fängt ja auch bald an. Also, ist ja bald. Ich wollte sagen, das wirst du ja doch auch irgendwie Oktober, November wieder starten. November. November. Ja. Ist gar nicht mehr so weit. Was würdest du denn sagen, wenn die vorher ein Match haben? Würdest du einen Sieg für Okada sehen oder würdest du dir so, den typischen AW-Weg mit Time with War und dann nochmal? Okada gewinnt das Ding. Okada geht ungeschlagen mit Siegen auch ins Continental Classic und dann wird das eben die Story sein, dass dann Eisen schleift Eisen und Takesh da prügelt sich. Also, wenn es Okada gegen Takesh da tatsächlich vor dem Continental Classic geben wird, dann ist in meinen Augen auch klar, dass Takesh da das Continental Classic im Finale gewinnt gegen Okada. Ja, wenn das nicht stattfinden sollte, dann halte ich es noch offen, aber ich denke, das macht man dann nicht ohne Grund. Ja, das stimmt, das recht. Ansonsten, Mark Buesco, es ist schön, dass Mark Buesco einen Platz gekriegt hat, schade, dass sein Bruder erst sterben musste, damit er wirklich da die... Alter. Ja, aber ganz ehrlich, die Buescos wären nicht bei AW gelandet, wenn die Situation nicht gewesen wäre, oder? Die haben denen ja vorher nicht die Chance gegeben, das finde ich schade. Ja, das liegt aber nicht an AW, das liegt an Warner Brothers, weil Jay und Mark Brisco halt oft ne... Oft haben wir halt die TV-Firmen aufgrund ihrer manchmal sehr nicht so positiven Vergangenheit mit Dingen, die sie gesagt haben, wofür sie sich aber trotzdem immer entschuldigt haben und so weiter. Ja, das finde ich ja gerade so gruselig, das ist trotzdem so... Aber das ist ja Warner Brothers egal, die sehen ja nur, wenn man die googelt und gewisse Dinge eingibt, dass dann negative Sachen rauskommen, die wollen wir nicht. Ja, du hast trotzdem recht, dass es erst der Tod von Jay Brisco sein musste, dass Mark Brisco quasi die Chance gekriegt hat. Das möchte ich aber nicht AW ankreiden tatsächlich, sondern das kreide ich allen anderen. Aber ja, ähm... Ich wollte es auch nicht AW alleine zuschieben, es ist einfach schade, dass es halt so kommen musste. Ja, natürlich. Weil ganz ehrlich, die beiden zusammen für die Take-Team-Division wäre auch durchaus gut gewesen. Jay Mark Brisco sind eines der drei, vier besten Tag-Teams in der Geschichte des Wrestlings. Und das haben ja sie auch in ihrer, in ihrer, äh... Match-Serie gegen FTA in den letzten drei Jahren mehr als bewiesen. Also da widerspreche ich dir auf keinen Fall. So wie du es formuliert hast, klingt das krass, aber du hast recht, du hast absolut recht. Und mich freut es, dass er Spaß hat. Mich freut es da, ob er dafür Not-Ringer-Wonder-World-Champion sein muss, das lasse ich mal so dahingestellt. Aber ich finde es gut, wie er als, als, als Bit-Player eben in diese Matches reinkommt. Er, 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 so einen wacky Faktor, äh, so ein bisschen mit rausbringt. Auch wenn Mark Brisco auch ganz anders kann, das wissen wir ja auch, aber das ist halt so der, das ist halt so der Hund, der, mit dem du Spaß hast und mit dem du rumtollst und manchmal plötzlich, du weißt gar nicht wieso, aber plötzlich ist der Schalter umgelegt und dann, oh, scheiße. Ähm, ja, finde ich aber, finde ich aber gut, dass er, wie du sagtest, diesen Spot bekommt. Nicht nur auch, weil, weil er eben jetzt so viele Mäuler zu stopfen hat, um das mal in seiner eigenen Sprache zu sagen, sondern auch, weil er, ich finde es, er ist ein sympathischer Kerl. Ja, der ist eine super Ergänzung, weil er halt wieder ganz anders ist und sowas ganz anderes reinbringt. Das ist schön. Und Orange Cassidy, Orange Cassidy ist ja auch jemand, der mich so plötzlich überrascht hat bei AEW, ich kannte ihn ja vorher nicht, habe ihn da das erste Mal gesehen und muss sagen, Orange Cassidy ist jemand, der mir über die Jahre so viel, unfassbar viel Spaß gemacht hat. Immer noch vor allem. Er ist ja auch präsent seit Tag 1, das muss man auch mal sagen. Und der hat nicht viel ändern müssen, dass er so viel Spaß macht. Der muss sich nicht wie Jericho fünfmal neu erfinden. Der funktioniert wie am Tag 1. Ein bisschen hat sich natürlich auch geändert, aber grundsätzlich funktioniert der immer noch so ein Problem. Das freut mich. Ja, aber er ist doch der Tod des Business, Volker. Ja, natürlich. Von Grumpy Old Man, die sowas so denken. Ja. Ja. Jetzt haben wir wieder das Thema TBS Titan Match. Mercedes-Money gegen Yelkaro Schieder. Ich habe dieses Match vorher mal, ich glaube bei einer Dynamite gesehen, hat mir das ziemlich gut gefallen. Ja. Warum denn hier nicht? Ja, weil es nicht so gut war. Ganz einfache Kiste. Boah, das ist ein schwieriges Thema. Die beiden haben auch nicht die beste Chemie miteinander. Das hatten sie auch im ersten Match, das war besser, aber es war trotzdem nicht auf einer Seite. Ab hier kann man aber auch mal, muss man zwei Diskussionen führen. Und zum einen, jetzt hatte Mercedes-Money kein gutes Match gegen Britt Baker und jetzt hat er sie kein gutes Pay-Per-View-Match gegen Yelkaro Schieder. Wer ist schuld? Beziehungsweise, das muss man nicht klären, aber man muss die Frage stellen, hm, Mane? Ist die Frage, ne? Also irgendwie, kann natürlich sein, dass es einfach zwei richtig blöde Konstellationen waren, dass es irgendwie an dem Tag nicht funktioniert hat, aber man kann natürlich sagen, das ist ja jetzt rein mathematisch gesehen, was ist die gemeinsame Größe in beiden Rechnungen? Ja, ich muss dazu sagen, ich bin nicht der größte Fan von Hikaru Schieder. Ähm, das sagt man ja schon mal, ja. Und ich möchte den auch auf niemanden mit dem Finger zeigen, außer auf Britt Baker, bei der tue ich das. Ähm, gleichzeitig hast du bei beiden Shows Women's Matches gehabt, die halt komplett dem anderen die Scheibe Käse vom Brot geklaut haben. Mhm. Äh, ich tue mir ein bisschen schwer, ich, ich, gleichzeitig habe ich dann Mercedes-Money bei New Japan gesehen und die hatte ein fantastisches Match dort im Main Event gegen eine Stardom-Wrestlerin. Ich weiß nicht, woran es liegt. Äh, mir gefällt Mercedes-Money immer noch so, dass ich sage, okay, ich bin immer noch gewillt, ihr, ihr noch nicht irgendwie zu sagen, dass sie, dass, dass wir da vorsichtig sein müssen mit Matchqualitäten. Ähm, aber man, man muss sich das auf alle Fälle angucken. Ich sag's mal so. finde ich auch. Man muss ein bisschen Auge drauf halten. Vielleicht waren es wirklich zwei schlechte Tage, kann ja passieren, mein Gott. Wir werden sehen, was in Zukunft kommt. Ja, das stimmt. Ja, das nächste Match, wir haben auch schon drüber gesprochen. World Title Match bei Dennis und Jack Perry. Wir müssen mal das Ende sprechen. Wir haben schon den Uppercut thematisiert. Wir haben noch nicht thematisiert, die sehr gelungene Umarmung von Peck an Wheeler Utah, die der mal kurz in den Hold umgewandelt hat, was ich sehr gut gemacht fand. Fantastisch. Ja, und dann kam das Nachspiel mit Jon Moxley und da ist bei mir der Punkt, wo ich sag, das war mir zweit. Nämlich, du hast sie vorhin angesprochen, die Plastiktüte, die da kam. Und ich gesagt hab, ja, sie haben es, man hat gesehen, Danielson hat gut quasi die Finger reingehalten, dass da Luft reinkam, alles gut. Aber ist für mich der Punkt zu viel. Ich weiß, sowas gab es schon mal mit, wo war es denn, bei der WWE auch, glaube ich, war es bei der WWE. Auf jeden Fall mit hier, Terry Funk war es, glaube ich, gab es auch schon mal so einen Spot. Ich bin kein Fan von diesem Spot. Ich denke mir, wenn ein Jon Moxley seinen Schurk, den er auch zum Finisher eines Matches angesetzt hat, da angesetzt hätte, hätte das genauso fies wirken können, wenn der das so durchgezogen hätte, als diese Tüte. Zumindest besser für mich. Also für mich ist diese Tüte, für mich zu viel. Ich sag jedem, der gesagt hat, der ist in Ordnung, weil die haben es ja sicher gemacht, alles gut. Aber mir ist das einen Schritt zu viel. Ich fand das genau richtig tatsächlich. Zum einen, wenn Brian Nelson sagt, es ist okay, dann bin ich damit auch konform. Das ist das, was ich mir angewohnt habe. Brian Nelson hat diese Verletzungsspots gemacht und ich war da auch kein Fan von. Aber wer bin ich, den besten Wrestler der Welt da anzugreiten? Und hier mache ich das genauso, weil ich gehe davon aus, dass sie professionell genug sind, um, 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 dass sie die notwendigen Voraussetzungen geschaffen haben, dass hier nicht wirklich jemand erstickt. Aber warum war es dir zu weit, Volker? Erklär mir warum. Es ist einfach das Bild, was mir da zu weit ist und ein Bild, wo ich wieder, da denke ich vielleicht zu weit, aber wo ich wieder denke, es ist ja immer noch die Gefahr, dass Wrestling übertragen wird ins Leben, dass die Leute meinen, wir machen alles nach, was die Wrestler machen. Hat man früher schon gemacht, heute machen es auch noch viele. Und dass da die Gefahr besteht, wenn man denkt, ja, wenn das da funktioniert, ist das ja nicht so schlimm. Und da sind so Sachen, und ich mag es halt nicht, das kommt noch dazu, das ist auch noch so mein Ding. Ich finde solche Dinge einfach, Okay, okay. Also, ich habe gehofft, dass du das mit der Nachmache sagst, weil, äh, das finde ich ja, das ist, das ist ja ein bisschen komisch bei einer Show, wo eher die Problematik besteht, dass sie diese Wrestling-Moves nachmachen können, als jemanden zu erwürgen, was in jedem Film passiert. klar. Aber, ich verstehe allgemein, das ist ja realistischer sein als der Film, das ist ja das Thema wieder, wo ich da wieder so ein bisschen, aber ich verstehe, was du meinst. Ne, ich, ich, ich habe mich unwohl bei gefühlt, aber genau das fand ich richtig. Ich, ich, manchmal fühle ich, dass Wrestling zu viel Party ist. Deswegen sage ich auch, wenn All In so die Feier ist, ist All Out so das Gritty Reboot und okay, jetzt, jetzt wird's, ich, wir geben dir Gefühle, aber nicht die, die du noch mal haben wolltest. Und, deswegen fand ich das, ja, es war sicherlich drüber von dem, was man so zu sehen bekommt, aber ich gehe nicht daran im Sinne von, boah, das war jetzt zu viel für Wrestling, sondern, ja, das war zu viel für meine Comfort Zone. Ich bin raus da. Ich habe mich unwohl dabei gefühlt, weil, weil das ja schon sehr realistisch auch in meinen Augen aussah und, weil es halt auch, ich, ich, ich sage jetzt nicht relatable ist, im Sinne von, ich weiß, wie sich das anfühlt, fast zu ersticken oder so, sondern, weil es, weil, weil das halt, weil das mal nur im echten Leben gemacht wird. Ich sage es mal so, wie es ist. Ähm, und, und, und von daher, ich, ich bin offen dafür, weil, Flammenwerfer, äh, Leute runterschmeißen, Leute aus Ring schmeißen, durch Tische befördern, alles andere, finde ich dann viel gefährlicher, aufgrund des Nachmachfaktors. Ich glaube, die Leute im Klassenraum, wenn sie jemanden auf den Tisch werfen, weil, ich habe das beim Wrestling gesehen, ist, ist näher an einer Realität dran, die ich nicht, was ich nicht bestätigen kann, als, hey, ich erwürge dich mit einer Plastiktüte, weil ich das beim Wrestling gesehen habe. Und das ist ja nun mal der Faktor, den viele anführen hier im Sinne von, oh, das ist mir zu weit, weil, nee, nee, ich, ich lasse es gelten mit im Sinne, oh, das ist mir, das möchte ich nicht in meinem Wrestling sehen, alles klar. Den Nachmachfaktor finde ich dann, da sind andere Dinge beim Wrestling, glaube ich, gefährlicher. Ja, ich habe, für mich sind es da wirklich beide Punkte, also ich möchte sowas auch nicht sehen, ganz klar, da sind aber mehrere Sachen, wo ich sage, das möchte ich nicht sehen, dazu gehören auch die, die Leuchtstoffröhren, das ist auch so ein Thema, dazu gehört auch, was wir danach im Match gesehen haben, auch noch, es sind sogar zwei Sachen, wo ich sagen muss, das fand ich auch schwierig oder grenzwertig, aber das ist halt nur mein Geschmack, wenn die Leute sagen, ja, ist für mich vollkommen okay, können sie es machen. Das Match gucke ich mir keine dreimal, nur das Match vielleicht, aber ich gucke mir nicht mehr den Nachspann an, das habe ich einmal gesehen, das werde ich mir nicht nochmal angucken, diese Szene. Ich gucke mir das an, wie Claudio den Uppercut setzt, wie Brian guckt, und dann schalte ich ab. Das ist für mich so der Punkt, wo ich sage, da bin ich raus. Aber das ist geschmacksam, wie gesagt, und wenn alle sagen, das ist okay, oder andere sagen, das ist okay, bin ich da vollkommen fein mit. Ich sehe die Gefahr von Nachmachen, das beim Wrestling eh immer da, ich finde solche Spots einfach, ich weiß nicht, ich glaube, das ist einfach nichts für mich, das ist einfach nicht meine Welt, von was ich im Wrestling mag. Du hast deinen Tunnel aus. Das ist vollkommen okay. Ich brauche es nicht. Ich brauche auch genauso wenig, dass man mit Spritzen in einem anderen Match arbeitet, wie dem Match danach. Das brauche ich auch nicht. Ich brauche aber auch keine, ich sage jetzt mal Zementsteine, wo man Leute drauf wirft. Das brauche ich noch weniger. Das ist auch was, was ich nicht mag, weil ich da sehe, bei diesem Stein, weil der wirkt mir zu massiv, sehe ich die Verletzungsgefahr einfach zu groß und das mit den Spritzen finde ich einfach eklig. Das ist ein ganz anderer Punkt. Ja, der Ekelfaktor bei deiner Spritze, der ist, weil es auch nachvollziehbar ist. Wir alle kennen das mit Spritzen und so und so. Natürlich, das verstehe ich, das ist, verstehe ich auch noch viel exzessiver, als das mit der Plastiktübe. Aber ich bringe das gleiche Argument an. Ich habe mich mega unwohl gefühlt und ich habe das einfach genossen, quasi ein anderes Gefühl von Wrestling zu kriegen, als etwas, was ich gewohnt bin, beim Wrestling zu fühlen. Und natürlich kann man jetzt auch sagen, okay, dann guckt doch Deathmatch Wrestling. Zu denen möchte ich dann sagen, das ist ja noch was ganz anderes gewesen. Deathmatch Wrestling ist nicht Deathmatch Wrestling, weil man gewisse Dinge einsetzt, sondern Deathmatch Wrestling. Die erzählen ja dabei relativ oder ganz oft nichts. Da geht es einfach nur um, um die Sache sie einzusetzen. Oft zumindest kommt es rüber. Ich möchte auch nicht die Fans von Deathmatch Wrestling verprellen. Aber nichtsdestotrotz hat man leider oft bei, auch gerade bei, nicht hochklassigen Deathmatch Wrestling, das Gefühl, dass es darum geht, die rote Suppe irgendwie aus dem Körper zu kriegen und das war's. Während hier natürlich die Brutalität, ich möchte nicht sagen, notwendig war, weil auch das Match kann man eine Ebene safer erzählen. Aber es ging ja ganz klar darum, Stilmittel zu verwenden, die Leute unwohl fühlen lassen. Auch, du sagst jetzt das mit dem, mit dem, mit dem Block war, war drüber. Erstens bin ich da noch hier wieder so weit und sage, ey, wenn die Vollidioten sagen, sie wollen das gern machen, bin ich der Letzte, der sagt, ich, ich, sie müssen selbst wissen, was sie machen und was sie nicht machen. Ist genauso wie mit Darby Allen, der durch Glas springt und Swerve ist nicht das erste Mal doof, hat nicht das erste Mal beschissene Matches gemacht. Lucha Underground, haben wir ja schon mal gesprochen. Wie gesagt, ich bin da auch komplett auf den anderen zu sagen, das ist okay. Für mich ist es schon gruselig, wenn ich vor ein paar Jahren beim Tech-Festival hab, wo ein Icarus oben vom Balkon springt, nach unten. Wo ich auch denke, das ist halt schon, das grenzt schon an Wahnsinn oder einen Schritt weiter. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Obwohl ich glaube, dass bei so einem Sprung wesentlich mehr schief gehen kann, als bei den beiden Spots, über die wir gerade gesprochen haben, tatsächlich. Ja, natürlich. Ich stimme natürlich vollkommen zu, wenn du sagst, boah, das ist nicht meins. Ich bin auch nun absolut nicht jemand, der sagt, Deathmatch Wrestling ist geil. Ich bin Gegner von Deathmatch Wrestling. Aber so wie man sagen kann, hey, ein ungeschützter Stuhlschlag macht in einer Fede Sinn. Ich bin persönlich, da bin ich Hardliner. Es darf im Wrestling keine ungeschützten Stuhlschläge mehr geben. Nee, bin ich bei dir. Und man hat ja auch dann ganz klar am Ende das Ding präpariert. Nicht nur aufgrund von Kameratechnik, wo man dann rausgefahren ist, sondern auch der Stuhl, der sehr imposant explodiert ist, auf eine Art und Weise, die ich nicht weiß wie. Aber es sah schon sehr, sehr präpariert aus. Zum Glück. Zum Glück. Weil sonst hätte ich da, da hätte ich Kritik dran gelegt. Das darf nicht mehr sein. Das ist, das ist, das ist einfach eine Dinge, die gehört im Wrestling nicht mehr. Ähm, dafür hat man sich eben anderer Stilmittel bedient. Dinge, die nicht so konventionell sind. Gut, den, den, äh, den Block haben wir schon jetzt das ein oder andere Mal gesehen. Manchmal ein wenig weicher als in anderen Stellen, aber das mit der Spritze, das mit der Spritze, das ist jetzt neu gewesen. Ähm, ich, musste das sein? Nein, hätte ich es vermisst, wenn es nicht da gewesen wäre. Nein, um Gottes Willen. Hat es aber seinen Dienst getan? Ja, das auf jeden Fall, weil dadurch ist dieses Match jetzt bekannt geworden. Ähm, ob das sicher ist oder nicht, können andere Wrestler sicherlich ein Buch drüber schreiben oder haben sie vielleicht sogar schon. Ähm, aber, aber ich bin der Meinung, dass insgesamt betrachtet, habe ich mich einfach zum Ende, zum Ende hin mehr unwohl gefühlt und das habe ich einfach angenommen, wodurch für mich persönlich das Match fantastisch wurde. Kann aber verstehen, wenn du sagst, boah, ich brauche jetzt nicht das Ganze so, äh, und das persönlich einem so ein bisschen die, die Meinung dazu geschädigt hat. Ist vollkommen okay, kann ich nachvollziehen. Das ist ja alles Geschmackssache gerade im Wrestling, ne? Und, ja. Ich kann da wieder sagen, das Match wäre wieder eins, das habe ich einmal gesehen, das werde ich nicht nochmal gucken. Das ist für mich ganz klar eins, wo ich sage, sowas gucke ich mir einmal an. Ich gucke mir auch, ähm, irgendwelche, wenn es mal so Deathmatch-Ansätze gibt bei einer Match-Sage, das gucke ich mir maximal einmal an, wenn ich es überhaupt ganz gucke. Wenn da für mich keine Erzählung hinter steht, dann schalte ich weg, dann gucke ich gar nicht zu Ende. Hier war wenigstens eine Erzählung hinter. Die beiden haben was erzählt über das Match. Denn dieser Block war ja immer eine Waffe von Strickland und die ist mir jetzt zum Verhängnis geworden, zum Beispiel auch. Ja. Genau wie mit dem, dem Tucker, den sie auch wieder hatten und sowas. Das sind ja alles Sachen, die wir schon hatten, die halt eine Story erzählen. Das ist was anderes noch. Aber ich gucke mir sowas nicht zweimal an. Aber ich bin da auch, glaube ich, viel, viel empfindlicher als 90% der Wrestling-Fans. Ich mag viele Sachen einfach nicht. Das glaube ich gar nicht. Aber, ähm, es hat ja nichts mit Empfindlichkeit zu tun, sondern einfach mit der Sache, es gibt Dinge, die möchte ich einfach in meinem Sport nicht sehen oder in meiner Unterhaltung nicht sehen. Und, ähm, unabhängig davon, ich sage jetzt, für mich waren Stilmittel, die ich gut fand. Andere finden es halt nicht und das ist vollkommen legitim. Ich sage mal so, ich gucke auch gerne Horrorfilme, die möglichst unrealistisch sind. Wenn die zu real werden, gucke ich die nicht. Ich gucke kein Hostel, sondern ich gucke eher ein S, weil da halt ein Horrorclown unterwegs ist, eine Wesen aus einer anderen Welt. Das funktioniert für mich eher, weil es halt so weit weg ist von der Realität. Siehst du, ich gucke gar keinen Horror, weil ich eine Pussy bin. Würde ich jetzt noch nicht sagen. Ja, aber damit haben wir All Out. Ich schon. Damit haben wir den Start in die neue Season AEW gesehen mit All Out und jetzt geht's weiter. Jetzt wird's interessant, was sie daraus machen. Wir haben, ich glaube, Zwölf ist jetzt auch erstmal in eine Pause gegangen. Yes. Wenn ich höre. Das heißt, wir haben jetzt Adam Page, der hat mit, haben wir vorhin schon gesagt, mit Jeff Jarrett zu tun. Wir haben Brian Dennison, der jetzt erstmal Major McGuinness vor sich hat und dann wahrscheinlich dem Blackpool Combat Club nochmal begegnen wird, bevor er dann irgendwann nochmal auf Dabi Allen hoffentlich trifft. Wir haben Mercedes von eben, wollen wir nicht wissen, wo es hingeht. Okada, Takesh, da haben wir schon mal am Horizont gesehen. Bin gespannt, wie es jetzt mit Stedlinder weitergeht und mit Willow Nightingale. Da bin ich erstmal gespannt drauf. In welche Richtung es da geht. Ja, Willow Nightingale hat erstmal ihren CMLL-Worldtitle verloren bei der 91. Anniversary Show am vorletzten Samstag, Freitag. Ist jetzt auch keine Championess mehr. Ah, ok. Das dauert auch schon wieder. Wir haben jetzt hier Grand Slam. Ich weiß nicht genau, ich glaube, ich glaube jetzt einfach mal Wikipedia bei den Aufteilungen der einzelnen Tage, weil ja Dynamite und Collision gleichzeitig oder nacheinander aufgenommen werden. Das ist ja Doppel Grand Slam quasi wieder. Wir haben Young Bucks gegen Kyle Fletcher und Will Ospreay. Ja. Wir haben Mariah May gegen Yuka Sakazaki, die wieder da ist und sich halt so ein bisschen in so einen Title-Shot reingesprochen hat, was auch vollkommen okay ist. Mein Gott. Aber das ist jetzt keine, das ist jetzt halt ein Variety, ich sag mal eine Variety-Titelverteidigung und keine, die irgendwie einen großen Aufbau hat. Man hat ein, zwei Segmente zusammen, das ist vollkommen okay. Wir haben Pac und Blackpool Combat Club gegen TBA, obwohl so ein bisschen hier Top Flight geteased wurde, ist es noch nicht festgesetzt, aber es geht hier wohl eher darum, wie wird Willa Yuta agieren mit Claudio und mit Pac. Ja. Wir haben Danielson gegen McGuinness und wir haben John Moxley gegen Darby Allen um einen Titleshot bei Wrestle Dream. Und dann haben wir Collision anscheinend, da finden die anderen Matches statt. Wir haben Conglomeration gegen Learning Tree. Yay. Oh, hat die Arme. Wir haben einen FTW Rules Match zwischen Hook und Roderick Strong. Das wird sicherlich ganz cool werden. Oh ja, das glaube ich. Auch für Hook gut wieder. Dass er wieder von einem richtig guten lernen kann. Was ist das denn? Ist das echt? Wir haben Jamie Hayter gegen Saraya in einem Sarayas Rules Match. Das ist echt. Hab ich auch gerade gelesen. Aber laut Wikipedia The rules of the match are that only Saraya is allowed to use weapons, use closed fists, not make use of the traditional 10-count and use rope brakes und the winner receives an autographed copy of Saraya's Autobiography. Okay, cool. Feier, feier. Das klingt schon nicht gescheuert. Wenn man es abstrus macht, so ein, hä, das sind meine Regeln, dann finde ich wenigstens richtig, dass man sagt, okay, ich darf alles einsetzen, du nicht. Das würde ich immer machen, wenn ich meine eigenen Regeln hätte. Das war hier bei House Rules immer mit House of Black, wo ich auch mal gefragt habe, warum nehmt ihr euch denn keine Regeln, wo ihr klaren Vorteil habt? Ja, aber Disqualifikationen werden entforst, nicht vergessen bei House Rules. Wir haben Okada gegen Sammy Guevara, weil Sammy Guevara laut eigenen Angaben Lust auf Gold gekriegt hat, weil er, ey, ich hab das, ich hab das in Two Bails, ich will auch Two Bails sein und vordere Okada. Das ist ja aber anscheinend ein Eliminator-Match. If Guevara loses, he can no longer challenge for the title und if Guevara wins, he will receive a match for the title at Dynamite's 5th-year anniversary. Die ist ja auch bald. Dürfen wir auch nicht vergessen. Aber Okada verliert nicht. Das ist doch wohl eindeutig. Ja, man wird doch nicht nochmal Guevara gegen Okada im Oktober zeigen. Das ist am 2. Oktober, also es ist nix. Das ist die Woche danach. Da haben wir schon Will Ospreay gegen Ricochet angekündigt. Kann man machen, nehmen wir. Und wir haben noch Jeff Jarrett gegen Hangman Page im Lumberjack-Strap-Match. Also wir haben zwei große Cards, also diesmal kann man tatsächlich sagen, dass Collision nicht einfach nur Collision ist, sondern das ist tatsächlich zwei große Shows. Natürlich ist das Match mit Moxley und Allen und Danielson gegen McGuinness ein bisschen größer, sag ich mal. aber das werden zwei große Shows werden und die sind wegweisend dann auch schon für Wrestle Dream, die nächste Großveranstaltung, die dann eine Woche nach der Anniversary Show stattfindet, nämlich am 12. Oktober, wo wir dann eh schon... Die haben es ein bisschen eng getaktet, oder? Du meinst Grand Slam und Wrestle Dream? Ja, das ist ja erstens und natürlich die Anniversary Show, dass da so alles so ganz naheinander ist. Gut, für vieles davon muss man auch sagen, wenn man so viele, ich sag mal, Themed Shows hat, dann kann das natürlich auch gut und gerne mal passieren und wenn man einmal den Salat hat, dann hat man ihn. Ich muss sagen, ich hab lieber Themed Shows und dann ballern sie ein bisschen was raus und bei Wrestle Dream gibt's dann Wrestling. Finde ich gar nicht so schlecht, die zweite Hälfte von AW, gerade weil wir nicht Sports-Entertainment-Bullshit am Horizont haben, sondern vielleicht uns ja eine gute Phase erwartet mit dem dann auch bei uns vorherstehenden der Continental Classic natürlich auch noch und dann haben wir Fulgi und World's End, das sind die beiden anderen Pay-Per-Views, die AW in diesem Jahr noch hat im November. Du hast die wichtigste Show vergessen. Haben wir nochmal Battle of the Belts? Ja, am 17. findest du da Battle of the Belts natürlich. Schön, dass wir immer noch hier drüber sprechen können, was wäre Just Bring It Quartalsübersicht oder Battle of the Belts. Ja, das geht sogar nicht. Ich glaube, wir werden erst, wenn wir eine Just Bring It, ich weiß nicht, ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass wir bei jeder Just Bring It Ausgabe bisher Battle of the Belts hatten, aber es ist sehr präsent und ich wäre sehr traurig, wenn wir jetzt nicht darüber lustig machen könnten. Ja, aber ich glaube wirklich, die bringen die jedes Quartal einmal so eine Battle of the Belts Ausgabe, irgendwie das Gefühl. Nur für uns. Ja, wahrscheinlich. Ja, da haben wir doch einen schönen Überblick wieder geschaffen über alles, was da ist. Es ist sogar lustig, wir haben wirklich jedes Quartal dieses Jahr gehabt. Die haben wir am 13.1., 13.4., 27.17.10. Battle of the Belts. Ja, wenn es eine Konstante bei AW gibt, dann ist es Battle of the fucking Belts. Ja, gut. Mal gucken, ob wir nächstes Mal einen AW-Titel dabei haben. Das wäre ja eine Herausforderung. Oh. So, ja, damit haben wir es. Wir haben unseren AW-Quartals gerichtet, das Quartal. Diesmal waren wir wieder ein bisschen länger als sonst, weil es waren halt die großen Shows wieder dabei. Das kriegt man halt nicht in der Stunde runter. Wir haben gefühlt, aber bei jedem unserer Quartalsberichte große Shows, also. Ja, wir sagen auch immer das Gleiche, dass wir diesmal ein bisschen länger waren. Ja, ja, ist okay. Es ist ja okay, wenn ich einmal im Quartal da bin, dann musst du auch mal länger machen. Genau. Und da mit dir wieder vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gern, immer gern. Macht mir wieder Spaß. Auch wenn ich, und das haben wir gar nicht getan, wir wollten noch so sprechen, wie unser AW-Gefühl generell ist. Haben wir groß angeteased, aber ich glaube, wir brauchen über die einzelnen Highlights uns noch nichts dazu sagen und dass uns das gefallen hat, das muss man nicht mehr groß sagen, weil wenn Highlights da sind, dann sind die Highlights immer fantastisch. Und über die Qualität der Storylines und der Women's Division haben wir alles gesprochen. Ich bin immer noch vorsichtig, was ein blindes Vertrauen in Richtung AW angeht, was ich die ersten Jahre eher hatte, weil sie einfach der strahlende Stern am alternativen Himmel war, sag ich mal so. Aber ich bin zuversichtlich, dass man eine gewisse Qualität halten kann und bin deswegen immer noch sehr positiv eingestellt. Positiver, als wir es zu mancher andere Ausgabe in der Vergangenheit hatten. Das ist doch schon mal schön. Und bei mir ist es so, ich habe ja meine drei Wrestling-Programm, die ich schaue, WWE, WXW, AEW und aktuell hält AEW den ersten Platz von dem, was ich im Moment am liebsten sehe, weil sie doch mir mehr bieten, was mir gerade gefällt. Weil sie zumindest halt im Moment mehr erzählen, als ich es von denen gewohnt bin und das macht mir immer Freude. Und bei den anderen beiden flacht es gerade so ein bisschen ab. Die können es natürlich auch wieder aufgreifen oder wieder sich fangen. Aber gerade hat AEW so Platz 1, sobald ich ja sagen muss, ich bin ja nicht so stark hinterher wie du, ich gucke ja nicht so viele Wochenschows, jetzt kriegt er so viel mit. Ich gucke mir oft Zusammenfassungen an und verfolge dann so die Hauptthemen. Ja, aber es macht mir gerade schon Spaß eh dabei zu schauen. Das ist das Schöne. Das ist auch ein schönes Fazit, was man treffen kann. Konnten wir nicht immer tun. Das stimmt. Und damit verabschieden wir uns. Schönen Tag an alle, die zugehört haben, zugeschaut haben. Ihr denkt wieder dann eure meinten Kommentaren, da ist sie richtig. Und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt Just Bring It, der Nerd Podcast. Just Bring It, The Nerd Podcast.